Ah! 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 Oh! Habt ihr das gesehen, ey? Scheiße! Hätte ja fast geklappt. Ah! Ah! Habt ihr das gesehen? Wie ihr ewig da ausgewischen wird? Phänomenal, oder? Was ist rot und schlecht für die Zähne? Keine Rückmeldung von diesem Programm. Wollen sie jetzt schließen oder auf die Rückmeldung warten? Snacket.exe hat. Es gibt keine Rückmeldung mehr. Kommst du bitte raus jetzt? Wir haben schon halb elf. Es ist Zeit, das Zimmer zu verlassen. Und die frische Luft zu genießen. Und ich kann deine Luft genießen, während du mir vorbeiläufst. Jetzt kommen wir nicht raus! Mann. Ich habe keinen Bock wegzugehen, weil wenn ich es weggehe, dann rennt die raus und ich sehe die nachher wieder. Wie kann man denn eine Stunde lang vor seinem Schrank stehen und den anglotzen? Man kann aber auch fragen, wie kann man eine Stunde lang vor der Tür stehen und warte, bis jemand rauskommt, ne? Also ich pflanze den Baupferd an der Tür. Jetzt komm raus! Komm ich angel dich auch. Hier, ich zack, ich angel dich. Hier kommt Johnny mit der Axt für der Tür. Hey, ist die da schon seit zweieinhalb Stunden vor diesem Schrank? Komm hier, Karoline, oder so weißt du doch, ne? Ja. Mach mal jede Tür auf. Es kann ja nicht sein. Sie kommt! Sie kommt! Sie kommt! Sie kommt aus dem Weg! Oh, hallo! Schön, sich hier zufällig zu treffen. Wie geht's dir? Oh, stimmt ja! Ich habe gehört, dass jemand auf den alten Hof zieht! Genau, und zwar ich. Und ich habe da ganz viel Platz und ein großes Bett. Ich glaube, das kam nicht so gut an. Eines Tages. Wart nur ab. Oder der macht wirklich noch mal irgendwas, ne? Also ich kann mir aber eben beides sogar vor... Fuck! Eben beides vorstellen. Na! Doppelfuck! Ja, genau. Gehen, zwar. Hm. Dumm gelaufen, mein Freund, ne? Du, 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 du. Du hast doch was fallen lassen, Kollege. Ein Lederbeutel. Tschüss! Auf Wiedersehen! Nächster, bitte! Tschüss! Haben wir noch einen? Will noch jemand baden gehen? Ne, Kevin geht arbeiten, hier ist keiner mehr. Ja, der Ort gefällt mir schon mal. naja das ganze arbeitsleben unternehmer ist kein zucker schlecken da passieren fehler diese fehler haben konsequenzen und du fährst du arschloch hau ab ich fahr da jetzt hin ich pack jetzt hier moment moment jetzt fick dich ich will hier einpaar das ist mein parkplatz hau ab ich pack hier schul der arschloch schalke 04 das feuer schon wieder aus du brauchst nicht gleich ausrasten scheiße kein bock mehr ja gut wir brauchen ein dach da angeschwemmt ach nur eine weitere leiche von dem land alles ok wir machen weiter da ist ja scheiße ist noch einer und die mucke läuft ja auch noch aber ich sehe nicht dass der unsichtbare da hat er einen taloman den taloman harry potter hat mich getötet rücksichtslos ist los ich hasse ich habe ich habe kaffeemaschinen gekauft da stand doch tresen oder nicht ich habe den tresen unter der kaffeemaschine alter leute jetzt geschieht dass seine eigene persönliche kaffeemaschine am schreibtisch bitteschön dann müsst ihr gar nicht mehr aufstecken darauf weiter arbeiten ja ich bin abweich alle sehr lieb es geht es geht es geht Hallo! Leute, was geht? Heute ist Tag der großen, großen Riesenprimäre. Und zwar bin ich hier und Leszdorf. Was geht? Was geht? Hallo, hallo, hallo. Lange habt ihr aufgewartet, ne? Über ein Jahr auf jeden Fall. Das war, glaube ich, damals schon mal in Planung. Irgendwann mal, dass wir mal was zusammen machen. Hat ein Jahr gedauert. Hallo, wir sind da. Wir haben es hinbekommen. Ja. Nach langem Nichtreden und irgendwann mal zwischendurch mal reinwerfen, was für ein Spiel eigentlich. Was können wir denn mal machen? Im Prinzip hatte ich auch erstmal keine Idee, aber dann hatte ich immer noch das Mario-Ding hier auf dem Schirm, was ich mit irgendwem mal irgendwann machen wollte. Und dachte ich so, ja. Warum nicht? Und erstmal, hallo an alle. Hallo, sind ja, die innerhalb von 0,3 Sekunden da war, als wir live gegangen sind. Das nenne ich Einsatz. Dann guten Abend, Party. Dann, Luna ist da. Was hat sie denn geschrieben? Ah, das ist Klassenlager. Du warst ja auf Klassenfahrt, nenne ich es mal. Ja, Lieblingsstreamer, nämlich Leszdorf und ich. Ja. Das war Traumatisieren, das klingt ja super. Deswegen kannst du jetzt ein Trauma abbauen mit dem nächsten Trauma. Bitteschön. Ganz große Frage einmal ganz kurz vorab. Ich klinge nicht irgendwie übersteuert, oder? Für mich auf jeden Fall nicht. Ich dachte, du bist aber lauter als ich sehe ich gerade. Vielleicht dreht dich ein bisschen runter, wenn wir wenigstens gleichlaut sind. Nö, alles gut. Okay. So, ähm. Oh, wie ich diese Stirn vermisst habe. Ja, ich weiß schon, Luna, du hast eine Affäre mit meiner Stirn. Ich weiß nicht gestreamt. Also einmal, ja. Aber die anderen beiden beplanten mal dann wieder nicht. Deswegen hast du ja nicht so viel verpasst, zum Glück. Ah, ein paar schon 15 Minuten vorher hier. Das nenne ich doppelten Einsatz. Sehr gut. Siehst du, wie Seraphie, der immer noch nicht da ist? Aber das ist nicht Standard für Seraphie? Hm, weiß ich nicht. Früher war der immer da, direkt. vor allen anderen. Früher, weißt du, als noch diese rosa-rote Brille da war. Genau. Als noch die Liebe frisch war. Als es noch neu war alles. Und jetzt alles alt. Da ist er immer als erstes gekommen. Das sowieso immer. Standard für Lieder, der ist halt nie da, ja. Deswegen, ich hoffe, der nimmt sich nicht so ein Beispiel an ihm. Dieser Lessdorf ist auch irgendwie nie da. Also das Gefühl. Also der kann ablässig deine Streams ja sowas. Jetzt gerade auch schon wieder nicht, ne? Schlimm mit ihm. Äh, doch. Also laut, äh, laut der Übersicht ist, äh, Lessdorf wohl im Chat vorhanden. Oh. Ich muss vor allem noch hier links noch was, äh, das hier muss ich öffnen. Da bist du aber nicht zu sehen. In meiner Übersicht. Ah doch, jetzt schon. Doch, da bist du. Wollte grad sagen. Ich weiß es besser als du. Ich weiß, wo ich bin. Du weißt, wo du bist. Das ist auch ein weiser Spruch. Du bist da, wo du gerade bist. Ah. Dankeschön, Luna. Dauert aber noch bis zum nächsten. Das ist traurig. Aber das kann man ja auch schon so ein bisschen als Lessie-Stream gelten lassen. Man hört sich, man sieht die Spielen. Also, ne? Eigentlich ist es ja quasi wie im Stream von dir. Ja, stimmt. Ich hab ja keine... Ja, eigentlich, wenn ihr einfach nur die Augen zu macht, könnt ihr euch vorstellen, dass das mein Stream wäre. Ihr seht mich nicht. Ihr hört mich nur. Ich raste wahrscheinlich genauso viel aus. Nein. Wir machen das easy. Nein, wir bleiben... Wir machen das ganz gesittelt. Ihr seid ruhig. Genau. Aber mal so eine andere Frage zwischendurch. Wer von euch, gut, Luna wahrscheinlich nicht, weil das Spiel zu alt ist, hat denn schon mal Mario 64 gespielt? In der Vergangenheit, oder? Ja, gut. Eigentlich egal wann, aber... Wer hat's schon mal gespielt? Gibt's da Leute? Außer mir. Ich glaub, Lessie hat's auch noch nicht gespielt bis jetzt, ne? Nein. Also noch gar nie, ne? Ich muss gestehen, ich hab einmal ein kleines, also ein Level leicht angefangen. Ganz, ganz leicht angefangen, um den Controller eben als Live-Action zu testen, aber ich hab's gar nicht gespielt. Ach, du meinst jetzt... Okay, du meinst jetzt quasi jetzt vor kurzem, ne? Ja, ja. Ja, ich mein jetzt eher so früher oder so, als es da rauskam oder über einen Kumpel mal gespielt oder sowas. Nö. Das einzige Mario-Spiel, was ich tatsächlich früher gespielt hab, war bei Paddy. Auf dem SNES. Mario World? Ja. Das ist, äh, 2D oder von links nach rechts läufst und dann auch auf Yoshi reiten kannst und so. Also du meinst halt so basically jedes Mario-Spiel. Ja, gut, das ist doch Mario Bros. wird auch drauf passen, aber da ist kein Yoshi drin. Ich glaub, ja doch, das war... Ja, Super Mario World. Bestes Mario-Spiel. Ja, das ist... Ja, für mich ist es Mario 64, glaub ich, so auf nostalgische Brille gesehen, aber ja, Mario World... ist da auch schon ziemlich weit oben, ja. Da war ich noch non-existent. Ja, gut. Aber wir zocken's ja auch heute, ne? Also, es ist nie zu spät. Einen Klassiker anzufassen. Auch wenn der für die heutige Generation wahrscheinlich übelster Schmutz sein wird, was ich auch noch nachvollziehen kann. Weil die Steuerung halt... Wann sind wir 64? Ich tippe mal auf. 96. Ja, 96. Juni 96. Da war ich auch noch nicht existent. Echt? Bist du so viel jünger? Als ich? Ja. Sag ruhig, wir. Steffi auch. Ja, die ist ja noch älter. So. Aber Paddy ist ein bisschen jünger als ich und Luna ist, glaub ich, auch definitiv jünger als ich. Ja. Also, ich glaub, aus meiner Community ist sie die jüngste, zumindest was ich so weiß. Muss ja jemanden geben, der sich da unten zieht, ey. Hast du mal gehört, nie gespielt? Ja, ich weiß nicht, ob du daran so Spaß hättest. Es ist halt eher... Es ist halt schon was älter, das Spiel. Das merkt man natürlich auch. Allein an der Grafik schon. Aber es ist halt trotzdem irgendwie funny. Aber die Steuerung ist halt auch Cancer. Also, das ist auch so ein Ding. Ja, nun, ich mein jetzt von denen, die hier im Chat anwesend waren. Okay, da würde sie ja auch theoretisch fallen, weil sie war ja auch schon mal hier im Chat. Also, nicht heute, aber... Ja, ja, jetzt. Ich rede von jetzt. Ja, ja, ja. Ich rede jetzt gerade von den Personen, die hier jetzt gerade da sind. Ich meinte ja eben alle. Insgesamt. Da wüsste ich auch keinen, der halt jünger ist. Oder vermeintlich jünger ist. Ich weiß es ja nicht mehr. Die Kinder von Red und Safar. Die haben keinen eigenen Account, die zählen nicht. Theoretisch waren sie aber auch im Stream mit dabei. Die haben ihn mitgeguckt. Ja, das stimmt. Vielleicht. Die Armkinder, ey. Höchst aktuell. Akutuell. Ne, so. Akutuell. Akutuell. Ne, so. Akutuell. Das ist der Plan nur, dass wir zusammen machen. 64 zocken. Klingt langweilig. Aber ich denke, das könnte sehr funny werden. Also. Wir machen es. Ja. Ja. Dass wir einfach da ein bisschen auf Sternejagd gehen. Vor allem im Last Stop. Das ist ja ganz neu. Mal gucken, was so passiert. Und ja. Und theoretisch gibt es in diesem Spiel, also in dem, was wir jetzt hier haben, auch noch Möglichkeiten, sowas wie Verstecken zu spielen. Oder in einer Arena miteinander zu kämpfen und so kämpeln. Aber ich glaube nicht, dass wir so viele Leute zusammen bekommen, dass sich das lohnen würde, mal zu machen. Weil dann müsste ja jeder das Spiel haben, was wir halt zur Verfügung stellen könnten. Aber Leute, die da Lust drauf haben, ist immer so ein Problem. Wie ein Bunker. Ist natürlich immer so gewesen auf Klassenfahrt, dass die Räume aussahen wie Bunker. Oder wie eine Kaserne eher. Wie viel zu warm hier war in Mücken. Geil. Klingt spaßig. So. Pass auf. Ich werde jetzt mal auf die Szene wechseln. Vom Spiel. Zack. Zack. Hat mein Motorrad aus. Wunderbar. Gut Timing. So. Ich hoffe, man hört das Spiel auch. Ja. Man hört uns ein bisschen schnarchen. Vermeintlich zumindest. So liegen wir auch jeden Morgen zusammen im Bett. Ungefähr in der gleichen Position. Ja, das sage ich dann auch jedes Mal. Ich finde es übrigens sehr nice, die reden hin und wieder beim Schnarchen. Ja, das meine ich ja. Dein Charakter sagt halt einfach nur Princess und meiner sagt Mario. Echt? Ja. Ja. Woher weißt du, wer was sagt? Das ist halt mal in Stimmen. Ich bin halt Luigi. Ah, okay. Stimmt ja. Stimmt. Da sagt er ja was anderes sogar. Das ist krass. Weil Luigi's Story war immer Mario irgendwo rauszuboxen. Und bei Mario war es immer Peach. Um 23 Uhr Lichter-Show-Party. Den Taschenlampen. Und du wolltest pennen, ne? So, ich glaube wir sollten mal langsam zum Höhepunkt kommen, oder Lassi? Immer. Das dauert doch grad ein bisschen lange hier. Ja, gut. Dann fangen wir jetzt endlich an. Ja, ich glaube wir fangen mal langsam an, ne? Also, ne? Der gut aussehende weiße Mann hier, das bin ich. Und mein weltbeschätzter Bruder mit dem L auf der Kappe. Selbstverständlich im Blau. So. Das ist Lassi. So. Schön Händchen halten. Eben. Ich frag mich gerade, ob hier in diesem Anfangsding nie Musik war. Aber ich glaub da war wirklich nie Musik. Das klingt grad so ein bisschen geräuschlos. Ja, naja, bisschen weiter runter. Warte, jetzt bin ich dran. Rück dich bitte. Guck bitte in die Kamera, ja? Guck in die Kamera. Wir wollen das schön... Immer schön... Yo. Oho. Snakey, du bist ja ganz weiß. Dann nimmst du mir die Farbe aus dem Gesicht. Ich mach schon direkt ein Salto. Hallo. Du raubst mir... Du raubst mir den Atem. Get it? Weil ich da bin. Ja. Ja. Hahaha. Ja. 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 das ist unser schöner vorgarten wenn man so einen wasserfall und seine schloss ja auch im spiel so damit wir sagen dass sie erforscht doch mal dieses spiel und bitte sprich nicht von der brücke spring dass sie du es nicht ich brauche dich noch ich dich kann ich dich über dich erforschen das machen wir nachdem die sterne gesammelt ich bin auch im blauen blau schmerzen erkenntnis an der wunderschönen abend der primäre live dabei ist in zehn jahren noch im gedächtnis hervorrufen ich werde dich fragen was zum fick ist lässt geht genau weiß es ist es wissen der unterbewusstsein weiß immer träne des glücks unterdrücken schon ein richtiger profi unser letztes er hat den seitwärtssprung schon perfektioniert wie ich ihm vorgestern das bein gebracht habe oder so ja das hat bestimmt nichts damit zu tun dass ich vorgestern auch mit tastatur und maus gespielt habe und ich mich wie ein krüppel auch möglich auch möglich hey lauf nicht weg wo willst du hin ich bin da hast du ein dietrich oder c4 aber leider zu hause vergessen tut mir leid ach ja stimmt c4 ist ja nicht da ich habe das gerade mit einem komplett anderen typen verwechselt alles gut übrigens so ein lebende side fact bei mario 64 gab es damals ein mythos und zwar genau über diesen brunnen hier ich kenne den mythos tatsächlich ja der war auch sehr bekannt aber ich kann da nicht in die ego sicht gehen kann man kann nicht in ego sicht gehen jetzt gerade ne normalerweise wären es die c knöpfe aber die sind jetzt gerade anders verteilt deswegen in diesem brunnen ist so ein bisschen wie ein kakel drauf ne sieht man ja da unter dem stern und das wird sagen na ok verstehe und auf jeden fall soll auf diesem gekriegelt stehen l ist real was im originalspiel dann für luigi stehen sollte der irgendwo im spiel versteckt sein sollte aber das ist alles quatsch denn da steht nämlich dass l ist real ist nämlich wahr und das steht nämlich für leskit ist real und das ist real weil wir sehen hier gerade ja wir laufen ja gerade herum deswegen ist der mythos ist offiziell war nämlich der richtige die nintendo mitarbeiter haben einfach schon 1996 eine vision gehabt also eines tages wird ein großes spektakel stattfinden nun was wieder fleißig finde ich sehr gut so warte ich will den raum verlässt und quasi wieder rein kommst ach du scheiße eine sekunde warte bis der song vorbei ist ok es war nicht ein langes song gott sei dank erstmal vielen dank tigger für deinen raid mit fucking 15 leuten holy shit schön dass du da warst ich hab eben noch gesehen dass du ähm ein klingenden kam gezockt hast ich hoffe es war schön sehr gut schaut was funktioniert sehr gut gesehen ja willkommen zum allerersten was machst du da oben zum allerersten leskit stream in mario64 das ist eine primäre heute hallo hallo und hallo take schön dass du auch da bist und gaspy schön dass du auch da bist die musik ist mir direkt sympathisch die ssl musik oder die musik in dem schloss wahrscheinlich die ssl musik ne das ist natürlich sehr viel wahrscheinlicher eigentlich bräuchte mir noch so eine eigene leskit musik ne bitte sag mir du hast nur die refrain vom ssl lied ja gut also je nachdem wie du es definierst ne also zu dem refrain gehört ja auch manchmal so ein nein wir reden nicht von der bridge wir reden vom refrain nein nicht die bridge es gibt auch es gibt doch einen prikos das ist so etwas das freudem refrain kurz noch gespielt um den kurs aufzubauen und äh der ist ab und zu mal mit drin nur jetzt in dem fall war er nicht dabei ist nämlich random haha lunas lieblingsstelle der prikos ja ja ne der macht es nicht der macht mich taurig ja hast du den hast du den enorm verstanden den prikos der hat nämlich sehr viel tiefe der hat ganz 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 viel tiefe ja ne weißt du nämlich das ist die hirn verbrannteste zeile diese ganzen lieb nein also wenn ich hinter dir stehe ja also so nein 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 kannst du knicken wir stellen das hier jetzt nicht nach der hat tief du bist nicht der westen doch ich bin der westen jetzt komm her ich geb dir tief du bist nicht der westen ich bin der westen das ist ja bitte geh nicht nein bleib stehen und vielen dank für deinen follow Gaspi schön dass du dich dazu entschieden hast dieser scheiße hier zu folgen ok jetzt haben wir eine halbe stunde umgealbert jetzt vielleicht vielleicht aua ok nein wir machen weiter alles gut ich haupt zu reden nein vielleicht kann man ja wir sollten jetzt tatsächlich wirklich anfangen na vielleicht kann man ja mal den ersten was ist denn den ersten Stern mal zu nach einer halben stunde ja ich glaube das letzte play wird dann 500 streams haben warte ich trete dich rein ach so Lassi Freistoß bist du da was was wie wo bist du hier Lassi oh ja gut ich hab vergessen auf ich dachte schon das würde funktionieren Gott sei denn holy shit wir sind einfach beide ein eigenes Bild oh Pferdebraten da wünschst du dir guten Appetit dabei viel Spaß im Lurk nein Lassi ok gut da kannst du es hinwerfen das in Ordnung mach sie fertig das ist alles super wenn wir zum lachen bringen für die einen follow wir haben das denn geschafft das ist immer das ist immer eine gute Frage aber trotzdem danke dafür Lassi ich hab ein Geschenk für dich hab ich frisch besorgt ich hör das Geschenk schon nein Mist ja Kamer komm mal mit Lassi ich muss dir was zeigen ich hab da hinten eine Ranch komm doch mit Lassi 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 ich zeig dir was hier das war deine große Bombe das war ich hoffe es tat weh nö komm runter hier das war sogar relativ knapp diesmal ich hab was Bombastisches für dich ich hab was Bombastisches für dich ach schade die war schon zu weit wir bringen uns ganz was gegenseitig um so läuft wir spielen doch Arena das ist eine rote Münze was könnte das so bedeuten ich tue es aus als dass ich irgendwie das erste beim Mario spiel also kann sein dass du das denkst aber ist tatsächlich nicht der Fall was könnte diese rote Münze bedeuten damals war das so da gab es doch keine roten Münzen vorher das war aber das erste mal hier soweit ich das noch in Erinnerung weiß ja ich glaub schon oder ich glaub bei der Folge was sind diese Goombas was sind Goombas ganz ganz weird aber ohne Scheiß das war halt das Level was ich testweise gemacht hab und ich hab zur absoluten Hölle nicht verstanden was diese Sechsecke sein sollten bis ich gesehen hab das sollen Bloom darstellen wo bist du da hingelaufen? ich hab verloren irgendwie ich bin teleportiert ach so ok ich dachte grad du wärst weggespawnt ja ein paar München ein ja oh ein Leben wer kommt du brauchst es ja du springst sich halt eher in die Luft ähm das geht in ganz andere Richtung da mach mal keinen da mach mal keinen Witz zu da könntest du falsch rumkommen man die ganzen Dinger die auch vom Himmel fallen ist ja schlimm so ähm warte mal stepp ich jetzt auf den Bildschirm weil sie die Bombe ist ah ok verstehe oh mein Gott das ist jetzt hier grad irgendwie ein bisschen viel im Chat nein keinen an Eleven Witz aber es ging schon dieselbe Richtung ja ah schade fast ein Strike geworfen da kommen wir nicht ich nehm mal ein paar Leben mit ja also ich glaub wir können die vielleicht gebrauchen ich weiß nicht wie das abläuft falls einer von uns beiden stirbt ob wir dann ein Leben verlieren oder nicht das weiß ich grad nicht sooo dann das guck ich mir an man könnte man kommt hier hoch es dauert nur ganz ganz lange ja ich weiß ich bin das letzte Mal tatsächlich auch hier hoch gegangen wirklich? du hast ja die 10 Minuten hochkrabbeln angetan diese hochkrabbeln lauf doch einfach ja ok das kann man auch machen aber ich krabbel da wiii nein nein ich geh außen rum ich mach den legalen Weg ja ich cheat hier nicht ich find's halt so funny weißt du die haben halt einfach für die Bälle ein 2D-Bild genommen ja gut du hattest damals nur ein paar MB Speicherplatz zur Verfügung was würdest du erwarten? ich weiß ich find's nur wenn man das halt mit heutigen Augen betrachtet ich find's halt fun ich müsste jetzt nur B drücken ich müsste jetzt nur B drücken aber ich tue es nicht weil ich nett bin jeder Witz von mir ist Bombe und natürlich weil wir Teamarbeit machen auf jeden Fall und nett zu einander sein und nett zu einander sein wo bleibst du denn Lessi mein Gott der Herr nimmt Abkürzung oh danke für den Boost ich bin schon mal oben ich stehe ja neben meinem besten Freund dem König aber das kann ich gar nicht gucke ich dich kenn ich doch danke auch für deinen follow schön dass du noch da bist wir überspringen mal die Story hier die kennt ja wahrscheinlich sowieso jeder und wenn nicht dann ist es halt kurz zusammengefasst der Typ hier wir wollen hier keine Ahnung es ist ein Königreich und der will uns halt fertig machen finde ich geil die kennt ja sowieso jeder nachdem wir vorher etabliert haben dass keiner dieses Spiel gespielt hat das ist wohl wahr los mal fertig Lessi ich feuer dich an Lessi 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 denn das Spiel ist darauf ausgeht ihn am Arsch zu packen und dann wegzuwerfen aber was hat der vor er geht zum Land der Mocken danke für deinen Verlust Sir Marco Dankeschön guck mal da fällt er runter König Sinja Der Bart ist auch original Der Bart ist auch original Der Bart ist auch original ja hm dann geh mal zu ihr hin scheinbar hat dir das gar nicht gelockt mach du mal warum denn ich du musst das Spiel doch lernen ne 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 also ich hab da so ein Gefühl mach mach mal gut dann geh ich halt dahin außerdem müssen die ja was sehen hm lecker Fliege danke das geht halt weiter war nichts Schlimmes weil du hast nämlich einen Fehler gemacht Lessi du hast einen Fehler gemacht das war nicht richtig aua schütte du hast nie Fehler ich weiß los bekämpfe ihn Lessi mach ihn fertig für mich wir kämpfe die Sinja mit dem Schnurrbart Königin Sinja das ist bisschen nervig was ist nervig war schade da wolltest du sie auf mich schmeißen nein nein also wie kommst du da drauf guck mal ich helfe das sogar ich leck die ab Mann es ist halt nervig dass ich halt durchgehend sprinte hm ähm ja man kann auch langsam gehen aber eigentlich ist Spinnen okay blablabla Leider sind mich wöse beworben kriegen ja dass ein Bombenkönig getötet ne 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 ja hier ist kein Power Stern Lassi das ist unser erster Stern all by myself Leute was geht warte 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 da bist du jetzt hier gefreeze in der Pose oder war das los ja ja peace Leute achso ok was ist jetzt los Sinja du hast es auch nicht leicht Junge ich höre dich grad gar nicht mehr ich musste aber was ja ich hab grad hier Sinjas Lied das ist aber das ist halt schweinelaut gerade also für mich ist das schweinelaut im Verhältnis zu dir ich höre dich da gar nicht mehr aber ja der Command war vielleicht gerade angebracht es gibt ein Sinja Command es gibt ein Sinja Command ja der ist noch relativ neu tatsächlich ja was soll das du pass auf wir machen jetzt ein Spiel du musst mir folgen ja das ist ein interessantes Spiel ja ich glaub das kriegst du so nicht gebacken das sind die simple Regeln ok das ging so gar nicht scheiße das ist auch in Ewigkeit nicht mehr gespielt ich weiß gar nicht mehr man kommt da irgendwie auf jeden Fall auf die Insel mit einem Weitsprung oder so aber scheinbar ging es dann doch nicht warte mal vielleicht ich ich kann ja naja aber nach dem Weitsprung hat sie nicht so rumflattern glaube ich aber probier dich gerne aus ich warte hier unten wir müssen zusammenarbeiten und sich nicht umbringen machen wir ja ich schau mal das da oben ein bisschen an was er da macht ich sehe ihn da hin und herlaufen ich kann tatsächlich nicht ich kann tatsächlich also nach dem Weitsprung nicht ach so ich dachte du kannst den gar nicht machen oder so doch den können nicht machen ok ok welchen Stern machen wir jetzt ich wüsste gerade was der zweite Stern war offiziell doch weiß ich wohl aber den kann man den können wir jetzt gar nicht holen hm ich hätte das doch einstellen sollen dass man aus dem Level raus geht wenn man einstellen das wäre glaube ich besser ne das stelle ich glaube ich mal eben ein ähm Server Einstellung Einstellung Warte nochmal auf dem Level bleiben non stop Level verlassen so Okidoki oh äh ok ja ok da muss wieder rein kommen ah ok gut ja egal aber so so werden wir nach jedem Sternquart aus dem Level geschmissen was glaube ich besser ist weil die Level sind halt von Stern zu Stern immer ein bisschen anders und dann können wir da nicht alle Sterne hoch meine Güte was schreibt dein Bot alles rein eigentlich wird es scheinbar das ist die ersten vier Dinge waren nur wegen dem Lied das ist der Text wirst du nicht in den Preis doch verlebt es niemals wir lassen ja wir haben dich doch nur lieb ja das ist quasi falls man mal die Wörter nicht versteht die da gesungen werden weil es wird nämlich so ein Lied wiedergegeben bei dem Command ja achso dann kann man das doch noch mitlesen los komm Lester wir gehen spielen ich gucke mir das schon mal an hier das letzte Mal als man mir das gesagt hat wurde ich unsittlich berührt also der zweite Stern ist ähm ein Hellen gegen den äh schnellen Cooper weil der war nämlich eben nicht da und lässt sich nicht schon bereit warte mal ich kann auch mal mit dem ich weiß nicht wann es los geht hey Mario ich bin nicht Mario okay was zum Fickfack bist du bereit auf Go zu klicken oder bist du schon durch ne ne wahrscheinlich nicht äh ich bin ich habe auch auf Go gedrückt okay let's go lauf wer zuerst oben ist auf dem Berg oh goddammit bist du noch da Lessi bist du hinter mir ich bin noch äh hinter dir sehr gut oder wir cheaten man nicht ne ja das ist ja noch der Abgrund ey Tollwurst oh da unten ist da unten ist der Cooper hey und Teil der Minute easy ja aber ganz äh weit entfernt von einer Minute ja ganz gar kein Problem ey oh warte mal komm mal ein bisschen runter dann ist er ein bisschen tiefer schön reiben ja du warst zu langsam Cooper es es sind Kinder warte was achso ok ich dachte schon gerade ähm wieso kann man den scheiß Stern nicht schade dass man nicht während der Sterne einsammelst äh weg toll du gehst nur aus dem Level raus was ist denn das für ein Scam ey ich dachte wir kommen ich bin als einziger raus ja ich bin noch drin warte mal warte ich komm auch raus ich komm auch raus die Exekors kostet mich ein Leben naja gut egal dann gehen wir wieder rein ja ich glaube wenn ich jetzt in den Stern 3 gehe und ich in den Stern 3 gehe also in den Stern 3 gehe und ich halt dann in den Stern 2 noch bin dann sehen wir uns vielleicht gar nicht ja siehst du siehst du gerade drüber Joy hast du gelesen was Stern 3 ist? äh ja Shoot to the Island in the Sky ja das habe ich bestimmt jetzt nicht gerade äh ja man kann auch auf Start drücken dann siehst du es auch hm Pugelfisch ach schade gib mir deinen BH was? nix was passiert hier in dem Stream? aber diese Dinger hier sind zu wie macht man die denn auf, lässt du? ich hasse es wenn du so redest ich hasse es oh man ey als wäre ich so ein Schüler in der Grundschule ja aber was hast du denn damit auf? hm was sagen sie denn dazu, Herr Lester? wenn 2 plus 2 4 ist was ist denn 2 plus 3? wissen sie das, Herr Lester? scheiße, ganz schwer dann lass uns mal äh überlegen, wie gehen wir denn da vor? ich warte die Kanonen mal auf ich weiß nicht mehr mit wem man da quatschen muss dann müssen wir immer noch eine Bombe rüber quatschen das war die richtige ey ich bleib mal da stehen naja schade fällts dann auch direkt automatisch rein oh Gott nein warte kannst du mit rein oder was? nein ich will einfach nur davor stehen und guck was passiert ich will genau davor stehen ach man hast du es? nein ich will da genau reingucken aber das ist halt so Mikroarbeit das ist nicht perfekt es ist nicht perfekt es ist nicht perfekt es ist perfekt das ist losgelegt okay du hast mich getroffen wenigstens aber es hat dich nicht abgehalten ne du kommst von da aus da ganz dahin kann ich dir sagen also es ist ein Let's get stream da kann da kann es nur so werden ja das ist wahr ach shit was hast du erwartet? es ist naked ja kommen sie her das Ding ich warte auf sie äh mein Bildschirm ist irgendwie rausgegangen was? ok ne alles gut ist wieder da ich bin äh ich bin da ich bin anwesend was gehts? sehr gut du hast da was am Arsch kleben ist mir diesmal nicht ich ja goddammit das sind jetzt alles äh geplante Arten nice kann ich nicht drüber fahren? ok nein yeah yeah siehst du mich eigentlich manchmal oh goddammit hat nicht geklappt? drüber geschossen ach du bist da oben jetzt haha wie geil ich hab deutlich zu weit drüber geschossen aber da oben ist auch eine Kanone glaube ich irgendwo ja ok komm stell dich nicht so dummer an das ok ok ich hab's ein bisschen zu sicher gemeint blup halt dieser 2D warum der sich mitdreht in der Perspektive wenn man von oben guckt dann klappt das aber nicht mehr weil die Kamera gab es damals so nicht nein scheiße ich konnte ja den nicht glauben der war noch in der Spawnanimation ubo was? es gab ein ubo in meinem Chat äh in meinem Overlay Ding hier achso soll ich den Stern schon einsammeln oder willst du? ich würde mal testen wenn ich ihn einsammle ob du dann quasi mitkommst und ob du dann auch zurück bleibst ich bin grundsätzlich zurückgeblieben ich bin jetzt draußen ich bin noch drin du bist immer noch drin ne? das ist belastend das ist belastend ich geh jetzt noch mal rein ich glaub nicht den vierten Stern du bist im dritten noch drin kann ich dich irgendwie nachziehen Exit to castle set camera nö geht das mit den Einstellungen irgendwie Spieler das bin ich man kann einen Spieler nicht hinterher ziehen oder? ah Luna hat da was entdeckt da müssen wir hast du mal hast du den Kurs geexited? ich hab den noch nicht geexited exited tit exited 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 ok das hat uns kein Leben gekostet jetzt hab ich also jetzt hab ich geexited da hast du auch vier Leben ne? das ist nämlich gemeinsam oder haben wir das separate leben? also ich hab jetzt vier Leben ok gut ich auch oh je bist jetzt im Kurs vier oder was? ja genau ich warte hier auf die Shailers ah mensch find the Red Points Ja, dann such die mal, wo könnte eine sein? Ja, Hyper, Hyper! Oder Sonderschüler, eins von beiden. Ja, das ist aus dem Songstream, korrekt. Weil als ich das alles geschnitten habe da und die 5 Stunden nochmal reingezogen habe, dachte ich kann es für sowas nochmal so ein bisschen zurückhalten. Alter, wo bist du denn schon unterwegs, dass du hier schon jetzt Mützen sammelst? Wo bist du denn? Tja. Achso, ja okay. Such mich doch mal. Ja, hab dich schon gefunden, den Jungen. God damn it! God damn it! Warte mal, krieg ich das gebacken? Sorry, weil das nicht mehr. Nee, krieg ich euch nicht, aber ich kann es so versuchen. Nein, das geht auch nicht. Mann, er sammelt ja schon alles ein, ist ja unfair. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ja, doch, wir sammeln zusammen, ne? Stopp, ja. Wer nicht, wird das sehr traurig. Ich renne jetzt auf Nummer 7 zu. Ja, ist auch eine 7 geworden. So, welche fehlten jetzt noch? Ach, Mann. Hab ich die tatsächlich doch nicht gekriegt. Jo, bist du da hinten in der Kanone? Nein. Ja, nicht in der Kanone, in der Kanone hier, ne? Die ich gerade sensationell... Juhu! Du hast es geschafft! Ja. Krieg ich dafür jetzt einen Gummikeks mit Stern? Ach, mit Stern, get it. Da is er. Verlass mich nicht! Ja, mich schon wieder verlassen. Aber tief im Herzen bin ich noch bei dir. So, jetzt kann ich dir schon spoilern, weil die Zeit müssen wir ja nicht verschwenden. Mehr, obwohl doch, wir könnten halt den letzten Stern auch holen, aber wenn wir nach der Reihenfolge gehen wollen, können wir den nächsten Stern gar nicht holen. Also nicht einfach zumindest. Ja, dann lass das einfach ganz normal. Gut, genau. Wir machen das legit, ne? Wir machen das alles legit. So, wo können wir denn jetzt noch hingehen? Was könnten diese Zahlen auf den Stüren bedeuten? Was machst du mit deinem Kopf, Junge? Ich komm mit rein. Ich find auch geil, dass... Alles wird gut, Lassi. Alles wird gut. Alles wird gut. Was macht mein Charakter bei dir, wenn ich streamen will? Oh, mein Toad. Ich weiß gar nicht, wie sprichst du die aus? Toad oder Toad? Toad, würd ich jetzt sagen. Okay. Meine beste Freundin spricht die Toad aus. Das hab ich ein bisschen daran zweifeln lassen, was die Realität ist. Vielleicht ist doch beides irgendwie richtig. Keine Ahnung. Aber ich würd jetzt Toad sagen. T-Oat. T-Oat. T zu dem Oat. Chip of Worms Block. Ich hab die Sachen noch nie auf Englisch gelesen, tatsächlich. Hallo, ich lese mir den Worms nicht durch. Mach du das machen. Ja, hab ich auch nicht gemacht. Wir sind auf jeden Fall in der Festung, wo so ein König Wurm da oben steht. Also ähnlich wie eben, dass er wie so ein König oben in der Macht ist. Guck mal, da schläft jemand. Weck bloß Seraphine nicht auf, du weißt uns böse. Seraphie aufwecken? Okay. Let's go. Ey, du bist zu spät zum Streamen, bewegt dein Arsch. Ey, wo ist die Münze dazu? Wurde die die nicht angezeigt? Hab ich jetzt grad trotzdem bekommen. Hast du welche eingesammelt? Ich hab grad eine eingesammelt. Ah, okay. Dann hab ich die noch nicht gesehen. Okay. Dann ist es halt kleinseitig. Ja, du hast auch 13 Münzen. Okay. Also das Vieh stirbt. Serverseitig, aber die Münzen kommen kleinseitig. Ich hab kein Geduldsfaden. Nee. Der lässt doch fies. What the fuck? Das ist praktisches... Ah! Das war fies grad. Oh, bist du runter? Ja, ja, ja. Die sind auch leider Seraphseitig gewesen, diese Dinger. Ach, Mensch. Egal, ich komm schon hinterher. Alles cool. Hört mich doch schon. Ich hab jetzt auch... Ja, also ich konnte jetzt grade deine Münze einsammeln, die du hier hinterlassen hast. Okay, weil ich halt der Server so gesehen bin, dass die Clients das sehen können, aber umgekehrt nicht. Keine Ahnung. Oh, das wär fast belastend geworden gerade. Was geht, du Schrank? Ah, du hast ihn noch nicht gesehen. Wo bist du? Ach so. Nee, ich hab noch mal ne Ehrenrunde gedreht. Ah, okay. Alles klar. Nee, da kommt noch ein Schrank. Alles gut. Du stehst auf langere Säulen, ne? Hm. Mit der... Mit nem Runden Ende. Mhm. Oh, Mensch. Genau so seh ich übrigens auch aus. Genau so seh ich übrigens auch aus. So ein richtiger kantiger Schrank, ne? Ja, ja. Also... Nicht von der Form, aber vom Gesicht her. Ach so. Du hast auch nur fünf Zähne. Ich verstehe. Ja, also das ist die britische Version von mir. Aber die Augen sind eher von Plüschi, würd ich sagen. Wie zur Hölle bist du da hochgekommen. Ja, ich bin ja gespawnt. Ach so. Ja, okay. I see. I see. Ja, okay. Weißt du was? Ich geh den regulären Weg. Wie wär's einfach damit? Ja, das ist doch gut. Man muss ja alles abdecken. Ich muss ja... Ich muss ja lernen. Genau. Das war so klar. Verrückte Arsch. Du kannst ja schon mal gegen den Kollegen hier kämpfen. Gegen den sollen wir kämpfen? Ja. Gegen den sollen wir kämpfen. Das war die Mission. Oh. Also renn dich von deiner Mission weg. Stell dich da in der Angst. Niemals. Du kannst dich nicht zwingen. Von 76 Münzen, Alter. Ähm. Oh shit. Oh, schade. Oh nein. Schade. Schade. Mensch. Also ich kann ja auch sagen, es gibt in jedem Level 100 Münzenstern. Was? Du willst... Jetzt haben wir einmal... Ne, die haben wir doch gar nicht, die 5 Münzen von der Pflanze, ne? Wir könnten versuchen, die... 100 Münzen zu machen. Ich bin tatsächlich gestaufen. Oh, wir haben auch kein Leben verloren tatsächlich. Ja. Also ich hab schon... Wenn du jetzt wieder reinkommst, dann... hast du dann auch wieder... die 81 Münzen da stehen und so? Ja. Ja, praktisch. Easy. Kann ich jetzt... Hast du jetzt 88 Münzen? Ja, kannst du die Münzen doppelt einsammeln oder was? Von den Pflanzen? Das ist ja Betrug. Das hier ist ja so ein Teleporter drin. Ne, war das hier? Okay, war gar keiner. Scheiße. Oh man! Kein Risiko hier. So, vier Münzen noch. Ja, die hab ich jetzt hier. Ah goddammit, ich hab die Brücke ganz vergessen. Guck mal, ein Stern. Das ist aber ein optionaler Stern, das ist quasi... Also nicht optional, aber da bleibt man im Level drin. Außer, der hat das auch überschrieben, dass du jetzt aus dem Level rausfliegst. Wäre das ein bisschen doof? Nein, ist aber nicht so, ich bin noch da. Wir hätten da unten so noch so einen Münzenschalter gehabt. Naja, egal. Braucht keiner, wir sind halt krass. Wir sind halt hier einzufahren. Wo bist'n du jetzt? Schon wieder oben? Ich bin bei dem Training. Okay. Danke. Ach, daher geht den regulären Weg, okay. Ja, sicher. Nein, danke. Alles Gute, Spaß hier. Oh mein Gott, was? Ah, 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 ah. Kommen Sie! Kommen Sie, Herr L. Kommen Sie. Jetzt bitte treten Sie den komischen Typen an den Arsch, ja? Okay. 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 Ja, ich, äh, lese mir das nicht durch. Goddammit. Wenn der Mips fangen muss. Ja. Oder wie ein, wie, oder wie der Cock von dem Stein-Typen unter ihm klebt halt. Nein! Ich wollte wegsprengen. Gib's ihm! Ich hab' vergessen, wie? Ich hab' vergessen, ich mein' Arsch einsetze! zu langsam, schade jawoll fühl die Rückenschmerzen er kommt, leg dich hin du tust für mich ich freue mich drauf, wenn Lessie Mips fahren muss, wer zum Hölle ist Mips ja wer ist Mips Lester, wer ist das ey komm, das war dein Fuß äh ja do it ok, warte ich will wissen, wer zur Mips ist das wirst du noch rausfinden, das ist cool Mips sind Fahrradhelme scheiße echt ja, wir müssen doch einen Fahrradhelm fangen, Lessie du hast es erfasst oh nein, bitte keine Fahrradhelme alter, du hast einen weißen Hoden was habe ich meine Kamera doch an? scheiße ja, wir müssen eine riesen Fahrradhelme fangen sollen wir doch mal da rein? äh, das müssen wir sowieso lassen, let's go irgendwann bestimmt, ja soll man ein Rennen machen? äh, to the top of the forest wer quasi zuerst oben ist und gegen wen? ja, wir beide ok, let's go ich hätte auch nur das Soziensekunden-Vorschwung gegeben schön oh mein Gott, jetzt stehe ich unter Performance hier also jetzt ja, das das ist ich bin so froh, dass sie es nicht streamen ich bin so froh, dass ich es nicht streamen ich bin so froh, dass ich es nicht streamen kannst du 10 Minuten draus machen? heilige Scheiße, war das peinlich hat keiner gesehen, alles gut ok, ok, niemand sieht, dass ich jetzt einfach wieder hier gespawnt bin ok, alles klar ich war die ganze Zeit lieber hier, Leute nur diesen blauen nur diesen blauen Streifen, der unter deinem Map weggefallen ist den hat man vielleicht gesehen, aber sonst alles gut nein, 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 das war ja nicht ich das war Grafik alte Grafik ich bin so witzig, dass du den Weg läufst das ist das einzige, was ich kenne verurteile mich nicht ja, ist gut ich geh auch langsam mal los schau mein Gott, wenn ich jetzt wegen dieser Scheißpflanz hier raus wo bist du? vor dir du musst mir vertrauen ich glaube, ich bin schon oben guck nur nicht nach hinten da muss ich mich aber beeilen, wenn du schon oben bist ja, 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 also mach entspannt wir wollen ja einen entspannten Stream machen alles gut ich bin, ich bin so weit vor dir weißt, ich bin eigentlich von einem anderen Level ich glaub ich hab keine Chance ich geb auf was gewonnen ja, besser ist also das ist männlich das ist männlich von dir, dass du dir die Niederlage eingestehst ähm das, äh das, äh das, äh das, äh das, äh da ist ein random zugekommen das ist ein seltener Bug auf jeden Fall ja ganz komisch ganz, ganz weird was, sieht man sich jetzt da oben auch noch ja das ist alles da zu weit weg aber vielleicht sieht man sich trotzdem aber die steinen den gar nicht das wär witzig ne ne, mich sieht man ja sowieso nicht mehr also ich bin jetzt ja sowieso raus ah jahoo 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 oh Mensch auch mal da okay ja Ja, hat ein bisschen gedauert. Ja, gut. Das dachte ich mir. Sinja? Sinja. Sinja ist schuld. Im Zweifel, ne? Rum, Alter passt einfach gut hierher, ja? Er ist schon im Sinja-Mobbing-Club. Er hat sich eingelebt. Er hat sich eingelebt. Wieso haben wir das eigentlich nicht bei unseren Discord-Regeln tun, dass Sinja eigentlich grundsätzlich schuld ist? Das ist eine gute Frage. Du warst erst da oben, Nestorv. Schon zum jeden Mal, also... Mann, ey, Scheiß. Ich verstehe, ich bin so lange gebraucht. Kacke. Voll versagt. Bist du immer wieder runtergefeilt oder so? Ja. Hast du den Weg einfach nicht gefunden? Ja, das verständlich. Verständlich auf jeden Fall. Sollen wir den dritten auch noch machen? Ja, also den habe ich ja schon. Achso, ja, dann machen wir den gerne nochmal. Okay, machen wir den nochmal. Wo bist du denn hin? Ich bringe Geschenke. Nein! Das hat mein Freund umgebracht. Jetzt kommt deine Münze raus. Okay. Interessant. Obwohl es da nicht dein Kill war, oder? Theoretisch. Ja, aber dafür habe ich jetzt die Münze zum Beispiel nicht gesehen. Echt nicht? Okay. Sehr, sehr seltsam. Aber immerhin sieht sie einer von uns beiden schon mal gut. Pass auf, jetzt machen wir mal eine kleine Challenge. Schon wieder? Ja, sicher. Jeder Sterne ist eine Challenge, ja? Ich mache ja die Kanone mal frei. Ja, habe ich ja schon. Achso, dann ist es halt auch wieder kleinseitig. Kommst du mal eben zur Kanone, bitte? Ja, natürlich. Natürlich. Ich bin auf dem Weg. Oh, Red Thompson, du hast kein Geld. Und guten Abend. Schön, dass du da bist. Zum großen Les Kids Dream. Das hat mir so gut gefallen. Ich fange einfach sogar nochmal von vorne an. Ich mag halt einfach diese Map. Ich finde es aber mega gut, dass wir ja keine Leben verlieren. Wenn wir beide gleichzeitig sterben, dann vielleicht schon oder so. Also ich hätte ja überhaupt kein Problem damit. Wie geht's dir, Red? Erstmal natürlich auch von mir. Hallo, Red. Schön, dass du wieder da bist. Sehr gut. Wir müssen dann da links am Anfang. Nicht nach oben. Das weiß ich. Ich gehe nur extra Umwege. Ja, okay. Entschuldigung. Oh, hallo. Hier ist die Kanone. Und da vorne ist ein Stern. Das ist so der offizielle Weg. Warte, was? Wo ist der Stern? Was hieß der denn nicht? Ach, da oben. Und meinst du den im Käfig? Nee. Ich meine den, wenn du Richtung dieses blauen Münzen blockst. Ja, die Richtung ungefähr. Nee, da guckst du meine Richtung? Ich bin ja nicht sicher. Ah ja. Na. Ja, okay. Du hast natürlich alles gefunden. Das ist schon mal gut. Und? Guten Abend, Pelke. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht es auch gut. Ey, was geht? Hallo. Ich habe jetzt nicht mehr gewacken, Alter. Was ist denn los hier? Direkt gegen Feuler. Alter, ich habe herausgefunden. Nein, nein, nein. Ich habe herausgefunden, dass den L-Trigger reindrücken auch Arschbombe ist. Das ist faszinierend. Was? Es gibt eine Alternative? Ich kenne das nur da drunter. Äh, ich habe einen hinteren Trigger dafür genutzt. Also den L-Trigger. No, endlich. Also den L2 quasi. Hol den Stern einfach. Hol den Stern. Nein. Hol den fucking Stern. Ich will, dass du das tust. Ich kann das auch einfach nicht mehr. Ja, natürlich, nachdem ich es gekotter habe. Ich frage mich, wie das auch geht, weil eigentlich sieht man die Kanone von dir aus gar nicht. Also das Ding ist, ich bin ja ein paar mal jetzt schon sehr knapp dran vorbei. Ja. Also theoretisch ist es möglich. Du verstehst also. Ah, guck mal, da ist er doch. Sehr gut gemacht. Kommst du mal bitte aus dem Level raus? Hallo. Warum hast du gerade Vario-Geräusche gemacht? Bist du jetzt zu Vario mutiert? Vor Aggressivität? Ich weiß nicht, wenn es war Luigi, wenn es weitergeht. Du hast es aber geschafft, das ist die Hauptsache. Hat sich trotzdem nicht so schön angefühlt. Wir haben nachher noch eine andere Challenge, da können wir uns wirklich betteln, weil ich es auch nicht schmeckern kann. Aua. Aua. Ich bin einfach da runtergestupst. Ach. Das kann man doch nicht machen. Ach, wie schade. Geh an. Wo, wo, was? Wo? Wo, wo bist du hingefallen? Links runter? Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Es ist irgendwie alles gerade so schnell gegangen und ich bin da halt einfach runtergefallen. Also es ging so schnell. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich glaube, ich bin einfach an der Seite vorbeigesprungen und bei den reinziehenden Dingern einfach zwischengefallen. Ich stelle dir das im Bild zur Verfügung, denn daher ist die Nutzung auch seine Schuld. Das ist korrekt. Warte, Lesthoff. Wir müssen eine rote Münze sammeln, da ist mir schon einer vorbeigelaufen. Nee. Doch. War hier unten eine rote Münze? Falsche Richtung. Hä? Ah, die. Okay. Ey, du hast auch mal Pesche heute. Das habe ich zu passen. Okay, weißt du was? Ich muss mich hinstellen. Ich kann das halt nicht. Ich muss mich hinstellen. Jetzt ist es ernst gemacht. Jetzt. Jetzt ist hier. Erstmal nach vorne beugen. Jetzt ist hier FIFA-Modus aktiviert, ja? Ja. Das liegt ja im Controller. Ja, das liegt ja nicht am Spiel oder so, am Controller. Nein, nein, das liegt auch nicht an mir. Okay. Stell dir nicht drum an. Stell dir nicht drum an. Guck mal, da ist eigentlich der Perfekt, wa? War das geplant von dir? Nein, eigentlich nicht. Das war so, eher so ein Ding. Das könnte vielleicht klappen, so. Eigentlich dachte ich, wenn du das vorbeispielst, war ich den Rückplatz mit auf dem Ding drauf oder so. Aber das war noch echt noch, was spektakulär war das. Das kann es doch nicht sein. Nein. Das ist so einschmierig. Don't disappear. Hey, warte mal, ich verliere jetzt tatsächlich Leben. Wirklich? Ja, ich bin jetzt bei zwei. What? Okay, dann haben wir getrennter Leben. Ich hatte nämlich vier. Ja, aber vorher habe ich auch nicht. Jetzt die Frage, was passiert, wenn einer Game Over geht und der andere halt nicht. Vielleicht musst du dann... Das werden wir sehr, sehr bald herausfinden. Ich denke mal, wenn man Game Over geht, ist das eigentlich scheißegal. Dann startest du einfach nur wieder da am Schlosseingang halt, ne? Also da, wo wir angefangen haben. Das werden wir doch früher herausfinden, weil ich einfach so inkomplett bin. Ich gebe dir einen Tipp, wenn du nächstes Mal reinkommst. Was? Wo bist du? Na da. Komm mal hier vor mich. Ob das Stück Grün da unten. Mach mal hier einen Doppelsprung. Oder so, ja. Dann gehst du einfach den Weg hier. Du bist Münzengeil, kann das sein? Woran machst du das fest? Oder du schießt dich mit der Kanone over. Das geht natürlich auch. Das gucken wir uns auch nochmal eben an. Ja, das hat bis jetzt auch immer wundervoll funktioniert. Ich sehe auf jeden Fall eine rote Münze und das ist meine Pflicht, die zusammenfüllen. Oh, sehr gut. Das war zu weit. Verstaunen. Du hast sogar den Rand der Welt berührt, Lesdorff. Das kann jeder von sich behaupten. Achso, ich habe noch einen letzten übrig. Ich habe noch einen letzten übrig. Ja. Sehr gut. Mir geht es soweit ganz gut. Und wie geht es dir? Mir geht es auch gut übrigens. Wie kann es einem dabei nicht gut gehen? Oder Witz? Wie viel Münzen haben wir jetzt? Vier oder so, ne? Ja, ne. Das ist so. Doch, vier. Da vorne ist noch ein, ach Gott, mein fucking Endgegner. Okay, einfach, einfach vorbei, einfach vorbei. Schade, wir waschen auch. Nachdenke einfach gerade aus. Komm, ich helfe dich hier mit der Münze. Ah, Gott. Okay. Wir reden einfach gar nicht drüber. Wir reden einfach gar nicht drüber. Versuch gar nicht erst tryhard. Mach sie jetzt einfach den Bums fällig. Alles wird gut. Aber die da unten ist halt ein bisschen, ne, unter uns die. Aber die können wir auch zum Schluss holen. Das ist kein Problem. Weil damit rutscht er quasi wieder nach unten. Du weißt nicht, was du es tun. Ich muss dir viel Glück. Yay! Oh Gott, ich bin wieder fast runtergesprungen. So am Ende des Wassers da unten. Hups und tschüss. Eier. Einmal so, oh, ey, gerade gefallen. Naja, das war es. Okay, einfach dann vorbei. Ah, nein, 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 nein. Ich hab ja mal eben die Pflanze für dich entfernt, ja? Ja, besser ist. Und runter. Such mich! Ach, verdammt. Ist irgendwas mit meiner fucking tiefen Wahrnehmung nicht richtig oder so? Wieso? Was passiert? Achtung! Oh Gott! Das hab ich auf dich geachtet gerade. Ach, es ist schon wieder auf dich geachtet. Guck mal, da haben wir sie doch schon alle. Wir müssen nur den Stern einsammeln. Nein! Nein! Und was passiert jetzt bei dir? Ich bin beim Schloss wieder gespawnt. Aber ich hab noch alle Sterne und wieder vier Leben. Das ist schön. Ich hab mal deinen Stern eingesammelt. Ja. Ich hab einen Job gehabt, ehrlich. Einfach einen Job. Unfucking fassbar. Hast du wieder vier Leben jetzt, ne? Ja. Ja, immerhin. Was ich auch geil finde. Ich hab mir ja mit dem Charakter hier so relativ blonde Haare gemacht, ne? Ja. Hinten sieht man es ein bisschen. Einfach an den Seiten so schön braune Koteletten und schwarzes Schnurbert. Ich bin einfach drei... Ja, das... Ich hab weiß, braun, schwarz und der Rest ist blau, also. Ja, gut. Aber da ist es ja normal. Das ist ja okay. Ah, mein Arsch! Obwohl... Mach's nochmal. Mach's nochmal. Warte. Tritt richtig zu. Tritt mich ins Level. Mit BA oder AB. Aber ganz schön hintereinander. Oder gleichzeitig eher. Moment, ich muss ein bisschen zurückgehen. Oder so. Ja. Perfekt. So. Jetzt kommt die Ober-Challenge. Ich ahne endlos viele göttliche Momente. Möglich? Wird sich zeigen, ne? Also. Jetzt müssen wir da oben in den geilen Käfisch rein, ja? Den man irgendwie nicht sieht, weil es... Ach, da oben ist er doch. Da, wo der Stern in dem Käfisch klebt. Den holt man eigentlich, indem man hier in dem Baum die Eule weckt. Und dann sich an die dranhängt und dann sich da fallen lässt. Aber... Wir machen einen cooleren Weg, ja? Wir gehen zur Kanone. Nein, weißt du, wir gehen zur Kanone. Weil das ja beim letzten Mal schon so gut funktioniert hat mit mir oder nicht. Und dann musst du grob hier hinten... Sieht man den Opfern da? Den Käfig wahrscheinlich schon, oder? Ich meine, ja. Ja, den Käfig sieht man. Ich glaub nur nicht, dass man da mitminkommt. Das geht. Aber ey. Ich hab das damals schon geschafft. Also das geht auf jeden Fall. Den perfekten Winkel. Na gut. War immerhin zu tief, war nicht so schlimm. Damit stirbst du ja nicht. Wenn du das schaffst, dann bist du offiziell Mario 64 Mega Pro, ja? Egal, was vorher passiert oder nachher passiert. Das sieht gut aus! Am Käfig abgeprallt. Das war mega close auf jeden Fall. Ah, schade. Wir glauben an dich. Kein Druck. Jetzt gucken wir nur... Es sind fast 20 Leute zu. Ja, das ist beruhigend. Gegebenenfalls. Ja, genau! Hat er einfach eine Ecke von der Wand weggebrochen, ey. Ich glaub's ja nicht. Oh! 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 Ah, nein! Das ist... Oh, nein! Oh! Kann ich nicht einfach die Eule nehmen? Kann ich nicht einfach die Eule nehmen? Kann ich nicht einfach die Eule nehmen? Ich würde sagen, noch drei Versuche. Okay. Okay. Okay, drei Versuche klingt fair. Dann mach ich drei Versuche. Und dann nehmen wir die Eule. Okay. Kein Stress. Setz dich ruhig eine Runde hin. Entspann ein bisschen. Alles gut. Ich bin entspannt. Okay. Merkt man, wenn wir das nicht haben. Go, let's see. Okay. You can do it. Wir feuern nicht alle an. Trommelwirbel. Mit der Karte. Nein, meine Orientierungs... Meine Orientierungsmünze ist weg. Oh! Wieder so close. Hat er nur einen Tick höher wahrscheinlich gereicht. Die Orientierungsmünze ist weg. Orientierung ist echt ein bisschen schwierig hier. Er justiert sich von neuem. Er nimmt Maß. Es geht nur Millimeter. Und da schießt er sich los. Oh, der sieht sehr gut aus. Das sieht super aus. Latte. Von der Latte ins Aus. Es gibt Abstoß. Okay, ich habe aber Orientierungsmünzen. Jetzt bin ich zuversichtlich. Das sieht echt gar nicht so verkehrt aus, was du da machst. Oh, der sieht auch wieder sehr gut aus. Guter Winkel, aber du fährst zu viel runter, ne? Ja, nein. Aber alles cool. Du rutschst schön wieder runter. Als wäre nichts passiert. Achso. Meine drei Versuche sind um. Achso, ja gut. Dann versuche ich nochmal drei. Aber wenn du willst, kannst du ja weiter machen, ne? Du warst ja sehr nah dran. Ja, nö, nö. Ich will ja sehen, wie es ein Profi macht. Hat das Spielsatz ja nicht gespielt, alter. Achso, ist der Kontrolle ja echt sehr, sehr unpräzise. Wenn ich da links so gehe, ich will. Guck mal, weiter nach rechts und links geht. Ich will Genauigkeit. Okay, pass auf. Das war ein bisschen tief, würde ich behaupten. Nein. Also, ich kann dir sagen, du musst so ziehen, dass tatsächlich die Münzen schon nicht, also, dass der Käfig schon nicht mehr zu sehen ist. Ja, gut. Das ist teilweise auch. Guckst du das von da an? Das ist sehr schön. Vorher ist es bestimmt aus der Nähe an, das finde ich gut. Ja, ich schenke mir bestimmt gerade nichts neues ein. Und achte gar nicht drauf. Aber jetzt, jetzt ist mir eine ganze Aufmerksamkeit. Na, Wurstkacke. Aber immerhin nicht zu tief, okay. Äh, zu hoch meine ich. Äh, ne, zu tiefer richtig. Okay, okay, okay. Genau. Kurze frei. Ne, mach mal, alles gut. Ich gucke das von hier an, ist auch guter Winkel. Oh, ja, wieder close. Aber ich glaube, das... Das ist es! Bin drin. Sehr nice. Okay, warte. Wuh, wuh, wuh. Da kommt er. Und... Hallo, Lessi. Und vorbei. Das sah aber sehr schön aus. Ja, soll ich oder willst du nochmal? Ja, hey, weißt du was? Was? Das geht jetzt ja tatsächlich. Jetzt weiß ich auch ungefähr wie. Es geht, ja. Die Challenge ist da. Ich begrüße dich auch von hier. Oh, so kann man die Kamera hier ranbringen. Da ist ein Loch da. Kommt er gleich raus? Und da ist er. Da ist er! Da war er. Es ist immer schön, wenn Lessi näher kommt. Wird dann direkt viel wärmer. Da ist er wieder. Oh, das sieht diesmal sehr gut aus sogar. Oh! Du hast mich sogar getroffen. Im Käfig. Weil ich am Rand stand. Das springt mir nichts. Okay. Ich glaube, ich werde diesmal ein bisschen an der Ecke da. Ja. Ticken weiter nach eins, glaube ich. Ich kann die Kamera nicht so drehen, weil da geht der immer so nah ran. Das ist ein bisschen blöd. Ah. Erfach. Ah, nein. So? Du hast mich schon wieder getroffen. Also mich zu hinten, da bist du gut drin. Aber da warst du schon immer gut drin. Ich treffe nur das Loch nicht, ne? Dann brauchst du mal ein paar Versuche dafür. Das ist aber okay. Der sieht wieder gut aus. Oh! Ich glaube, wärst du dann ein bisschen weiter rechts gewesen, wärst du reingeflutscht, oder? Ja, dann wärst du über die Kante einfach smooth rein. So. So. Kante direkt anvisiert. Ja, ja. Oh. Ich brauch nur einen scheiß Hechtsprung. Naja, komm. Sammelein. Alles okay. Alles okay. Aber das ist auch eine sehr knappe Kiste. Ich bin auch quasi so gesehen abgeprallt, aber ich bin dann so ein bisschen rüber so geschwabbelt. Nenn ich's mal. Es war sehr viel Glück, dass ich reingeflutscht bin überhaupt. Rein mit dir! Einfach reingehämmert. Ja. Was haben wir denn hier? Blast away the wall. Hast du eben schon einmal so gesehen geschafft. Hab ich das? Ja, hast du. Da drauf geh ich hier. Nur die falsche. Ja. Ich bin so ein Pro, Alter. Hab einen Seitewärtsprung. Ich hab die falsche Wand weggehämmert. Einfach mich weghämmert. Oh, die Wand. Okay. Man sieht das sogar voll gut. Ja, das war aber die falsche Wand. Da hat er doch gefunden. So einen Stern abholen. Wo bist du? Ich bin nicht in Jump and Run. Das ist gar nicht schlimm. So, du machst das. Jawoll. Im Boden. Let's go. Ja. Im Boden. Was haben wir denn? Da hat nur noch einen einzigen Stern übrig. Willst du's tun? Einfach rückwärts reingeflattert. Wie so ein Yoshi. Oh, warte mal. Oh, wir haben schon alle sechs gemacht. Hab ich gar nicht mitbekommen. Stimmt. Oh, wir haben schon alle. Hoppala. Ja, dann. Raus hier. Oh, dann müssen wir auch schon gemacht. Wo möchtest du jetzt hin, Lester? Möchtest du in die eisigen Kelten? Oder doch lieber ins tiefe Nass? Oder willst du schon Bose auf die Fresse hauen? Oder willst du... Der Lichtstrahl war vorher nicht hier. Genau, der war vorher nicht da. Aha. Aber was hat das so bedeutet? Aua. Willst du mich etwa aus dem Spotlight drängen? Ja, ich steh immer im Spotlight. Nein, komm rein. Ist einsam hier. Nein. Ich kann das nicht. Ich trete dich da rein, Alter. Du kannst... Das ist tatsächlich... Mit Wanda Pralla ins Rampen nicht gedreht. Na, komm mal. Komm mal hier rein. Okay, ich komme mal hier rein. Ich bin da. Schau ins Licht. Bin ich tot. Bist du auch hier? Scheiße, was habe ich zugestimmt? Fuck. Ich habe irgendwas zugestimmt, was ich jetzt im Nachhinein wahrscheinlich brauche. Ich weiß es nicht. Ach, da unten bist du. Ja, du musst eigentlich ein bisschen fliegen. Aber ist okay. Ne, du hast den roten Schalter aktiviert. Das ist okay. Das ist alles okay gewesen. Aber jetzt musst du quasi hier den Exit, den Kurs verlassen. Aber in diesem Level gibt es halt auch einen Stern. Und dann... Indem du nämlich alle roten Münzen einsammelst, die hier in dem Level halt in der Luft kleben. Die sind aber in so einem Kreis angeordnet, so gesehen. Du musst also quasi nur an dieser Münzenstraße halten, die da rum geht. Guten Abend, Plüschi. Schön, dass du da bist. Hallo, Plüschi. Was geht? Oh. Ja, das Ding ist halt... Du hast die allerersten, glaube ich, oben auch verpasst, oder? Man kann die halt nicht im Nachhinein holen. Die muss man halt alle in einem Rücken schaffen. Das hat man halt so gesehen verkackt. Das ist echt schwer oder nervig, nenn ich es mal. Oh. Die Kappe hält auch nicht ewig. Das ist auch nochmal so. Aber ich versuche jetzt ein bisschen zu helfen, weil das ist halt nicht so extrem easy. Äh, lass uns einfach ein anderes Löff machen. Na, ich bin schon wieder hier drin, also. Ich teste das... Ja, ja. Komm, man ist auch mitreifend, wenn ich die Mütze verpasst oder so. Was bist du dir? Wie jetzt? Wir haben die beiden Mützen drüber geflogen. Ja, moine. Wenn du schaffst, die ersten beiden Mützen sollen, ist alles easy. Frage, wo sind die ersten Mützer? Ganz oben. Aber ich denke mal, die Christi nicht mehr, weil die jetzt zu weit oben sind, ne? In Spanien war er Plüchi, mhm. Lecker. Ich höre nur Geräusche. Ah, da oben ist er. Da fliegt er. Oh, wey. Ne, die kriege ich nicht mehr. Ne, ne. Der Hut ist auch schon wieder weg. Die muss man ganz am Anfang halt holen. Wenn man reingedreckt, straight nach unten rücken kann man nach oben, ne? Ich hab die einfach verpasst. Okay. Oh, falsche Richtung. Fuck, jetzt. Da bist du. Also, du bist auch rausgegangen. Also, du fliehst ja auf den Rücken. Machst du Rücken fliegen, oder was? Wie das bei mir aussieht, ey. Das, wenn du Rücken schwimmen machen würdest. Oh, God damn it. Okay. Du musst die ersten beiden einsammeln. Oh, ich bin auf den Joystick gekommen. Ich hab ne Arschbomel gemacht. Was? Was? Das sollst du nicht. Nicht on streamen. Ich bin auch wieder drin. Alles cool. Mach mich weiter. Ja, jetzt fehlen mir die letzten beiden. Äh, die ersten beiden. Da hast du sie. Ja, an den Stern. Der Stern. Wuuuuh. 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 Sehr schön gemacht, Lester. Wuuuuh. Wuuuuh. Aber sehr schön, dass es Sinn ja auch ein bisschen besser geht heute. Das hört man immer gerne. Yep. Jetzt haben wir einen. Willst du rutschen, Lester? Wir haben die Option, noch zu rutschen zusammen. Let's go. Okay. So, jetzt sind wir hier in den Raum. Wo müssen wir jetzt hin? Wuuuuh. Kommst du, Lessi? Sehr gut. Warte, ich bin noch hier oben. Nein, lauf nicht weg. Ich mach hier noch ein paar Münzen hin. Über schöne blaue Münzen. Erf nur Spaß. Jetzt kannst du vorrutschen. Viel Spaß. Ich komm mit daher. Oh man, diese Scheiß-Taste, ne? Ich glaub, der mit der... Alter, ich sag, kann man das ausstellen mit der Joystick-Taste? Ist ja mega schrecklich. Wieso drückst du die Joystick-Tasche? Ja, ich will lenken und drück dann aus, was in den Joystick rein, weißt du? Das ist halt sehr sensibel. Also, das ist so. Wenn ich lenke, drückst du die ab und zu mal aus Versehen. Das ist echt blöd. Warte, ich hab den Stern. Ich tauch da gleich wieder mit auf. Bei 21,3 Sekunden. Okay. Komm, komm nochmal hier rein dann. Gleich. Und zwar müssen wir das Rutschen unter 20 Sekunden schaffen. Oh ja, easy. Bei mir ist noch Time 21 Sekunden schaffen. Ich müsste das Level verlassen, wahrscheinlich. Das ist für mich irrelevant. Ich hätt' jetzt eigentlich geschafft, wahrscheinlich. Ja, zählt nicht bei mir. Hallo. Bei mir wird kein Teil mal gestartet. Bei mir auch nicht. 21 Sekunden steht bei mir. Ah, okay, weil ich noch am Level war. Und du halt noch gefahren bist, wo ich reingegangen bin. Deswegen müssen wir beide mal eben raus. Ja, ja, ein bisschen weiter raus. Sonst macht's keinen Sinn. Ich mach's mit Vario mutiert, ey. Gehen wir nicht drüber. Nein. Lass mich rein, ja. Okay, let's go. 17,9. Bei mir steht 18. Du hast meinen Stern geklaut. Korrekt. Ich sammle deine Lorbeeren ein. Ja, sehr gut. Wundervoll. Das ist wie bei Twitch. Ich profitiere von eurer Arbeit. Wow. So. Jetzt haben wir ja eben die Fliederkappe geholt. Jetzt könnten wir schon mal in den Bomb-Op-Dings gehen. Und da noch ein Sternchen holen. Wenn du dann auch Lust hast. Oder wir gehen in ein anderes Level. Ist mir egal. Let's go. Oh, okay. Oh, okay. Dann musst du deine Flugskills wieder beweisen. Oh, nein. Oh, nein. Let's go. Mario wins to the side. Du musst da nicht rein, ne? Du musst irgendwo. Ich seh dich. Weee. Das war zu tief. Hast du wieder weg-teleportiert, Lassie? Nein. Ich doch nicht. Da ist wieder der 2D-Baum. So. Besuchen wir, Lassie. So ist das schön. Ich höre dich einfach in der Kanone irgendwie, ne? Bist du da hinten? Ah, da hinten in der Kanone bist du. Alles klar. Ich war da in der Kanone. Hallo, siehst du mich? Okay. Da kommt er! Uuuuuh. Plup. Fast getroffen. Aber nur fast. Jetzt nicht in die Kanone gehen. Du hast ja eben schon mal die Steine in die Ringe geschossen, ne? Ja. Und jetzt gehen sie hoch. Ich sehe auch schon, was gewolltes. Sehr gut. Das dumm ist nur, das ist nur eine Kappe da. Deswegen kann ich jetzt keine nehmen. Aber ich sponnte, glaube ich, nacheinander in der gewissen Zeit. Deswegen wünsche ich dir viel Glück, weil da oben die Chris nur mit der Fliegerkappe, oder? Ja, das war schon optimal. Also, einer hat mir fehlt, aber es ist egal. Wenn die obere Fläche hat Chris, aber die Chris... Guck mal, das ist mal ein bisschen an. Ja, guck mal, easy. Jetzt wird nur noch eine. Obwohl ich nur noch zwei übrig, wenn ich ehrlich bin. Ja, das ist auch wichtig. Aber hast du schon vier, oder? Ne. Also, ja, mir wurde vorhin... Okay, weil bei mir fehlen noch zwei mittlere Münzen. Weil jetzt ist so gerade einer aufgesammelt, die bei mir nicht gezählt hat. Interessant. Ah, jetzt. Jetzt aber. Wie du da in der Mitte schwachst, wie das aussieht. Ja, guck mal, wie ein Profi, ey. Das war ja mal richtig... Das war ja mal richtig flawless, muss ich sagen. Ja, immer, echt mal. Ja, flawless war das jetzt nicht. Das ist eigentlich einer der etwas nervigeren... Ja, schwer würde ich es übrigens sagen. Aber der kann halt echt manchmal nerven, wenn man dann die Dinger nicht kriegt und dann wieder neu anfangen muss. Der hat es doch mit dem ersten Trial gemacht. Okay. Warum geht das nicht? Nein, er ist einfach zu übersensibel, ey. Oh, komm. Hä? Was? Du standest bei mir plötzlich einfach wieder vor mir. Tja, manchmal passieren Dinge. Noch ein Stern. Da stehst du, hm. Beachte mich. Oh shit. Okay, ich weiß, wo du herkommst mit deinem Gedanken. Oh, erst geh mal ein bisschen weg hier. Aber wir wahrscheinlich... Vielleicht erst zu kurz. Erst zu kurz. Äh... Das kann ich mir aber auch glatt schon denken, das wäre zu einfach gewesen. Okay, was ist die nächste Idee von dir? Achso, das ist auch immer wieder nur ein Flugheim. Gut. Ja, ja, ja. Also als Tipp, du kannst losfliegen mit einem Dreifachsprung. Da würde der ein bisschen fliegen. Aber nur in der Höhe, wo du gerade bist. Also das macht halt auch vom Boden nicht so viel Sinn. Ähm... Gut. Lass uns mal kreativ werden. Du siehst, bin ich kreativ. ach ich schaff das noch ok ich schaff es nicht du fliegst da oben einfach rum geil wieso spawnt er sich nicht mehr wieder, was ist doch die scheiße ah da ist er wieder so Dora was ist denn die Lösung ach ich bin so kacke naja es hat nichts mit den Bomben zu tun das ist eher ein Glitch den ich gerade ausprobieren will achso der offizielle Weg ist viel einfacher ist er wieder so offensichtlich dass ich ihn jetzt einfach nur gerade nicht sehe vielleicht ich meine wenn die Kette des Hundes nicht ausreicht bis zu dem Gitter der ist ja der ist ja angekettet der Hund ja der ist ja nicht die Bombe auslösen nein ich krieg das nicht gebacken du brauchst übrigens keine Bombe ne nur so ein bisschen surfen einfach in den Hund geetet einfach in den Hund geetet ok die Kette des Hundes ist zu kurz der Agrobert ist arm ja schade aber ich kann mir die Kette ja irgendwie lösen ja 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 herrlich ey so ähm ja guten Abend lieber Nifthunter ich glaube dass du da bist ähm ja 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 genau das das ist der das Ding wie es gemacht wird der offizielle nein lässt ja das ist der offizielle Weg das ist der offizielle Weg wie man drauf geht damit auf der Wii ok ja gut äh scheinlich einfach als Partner für die Wii ich hab das damals sogar auf der N64 gespielt lang lang ist es her ja weißt du weißt du was gerade immer so auffällt weißt du denn weißt du dann machst du hier schon ein Less Kids Stream und dann markierst du mich nicht mehr ich muss schon irgendwas vergessen fuck das muss ich mal eben korrigieren ja du des äh des du Moment ich hab grad nen Schlaganfall ja ja ne ne eine Sekunde du despektierst meine Anwesenheit sicher auf jeden Fall das das hat jetzt gerade ein bisschen viel zu lange gedauert ich weiß nicht das so funktioniert ich fände einfach mal gerade vom Gemälde hier so ja na also so jetzt bist du drin Junge zack wieder zurück ins Game wundervoll ah und einen wunderschönen guten Abend ist da Right Kick Games wenn du auch da bist da pennt er einfach doch hatte ich damals sogar ist aber schon ein paar Jährchen her auf jeden Fall wie gesagt die Bombe brauchst du nicht aber der gute Kollege der lässt so viel der hat das damals nicht wirklich gespielt und der kennt das Spiel so gesehen auch gar nicht deswegen guck mir seinen Gälder das anders einmal an haha nein Quatsch die rote Münze gibt dir einen Hinweis ich helfe das aber schon ein bisschen weil die ist echt ein bisschen nervig tatsächlich so ach ja natürlich das wäre mir ja also dass ich da drauf nicht gekommen bin ah ja fast lauf 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 weg WTF er hat für den Hund gedutscht läuft ja guck mal easy ja hehehe hehehe wuuu wuuu Mama mia ich lög einfach nur rum ja warum nicht he lög sehr gut Lester wir haben das erste Level durch und wir haben das zweite Level komplett durch und wir haben die Rutsche schon komplett durch dann haben wir das Spiel bald durch nein hehehe jetzt hast du die Wahl zwischen einer kalten Welt und einer nassen Welt noch fürs erste das ist das ist mit dem schlimmen Anfang also Wasser Level ach woher weißt du woher weißt du dass es hier ist hehehe das war geplant das war reine Intuition hehehe wunschenden guten Abend Bibi ich bin nicht versehentlich hierher geraten wuuu hello plunder in the sunked ship plunder im versunkenen Schiff so wo bist du ich hab ich verpenne gerade die ganze Zeit achso ah ok alles gut ich hoffe dir geht es auch gut Bibi schön dass du dir bist wir können ein bisschen schwimmen gehen zusammen also wenn ich gegen die schwimmen kriege ich auch in der Fresse ist ja super geil ja das liegt aber auch daran weil ich gerade B gedrückt habe statt A achso ja ok also wenn es einen Weg gibt es schade hier Schadensbekommen ich find sie gerade alle ich find sie immer alle ja T-T-T-T-T-T-T T-T-T-T T-T-T-T-T-T Toll der hat dann gerade 10 sches gehalten toller toller Panzer echt fast gelohnt ey ich so wir müssen in das Schiff da rein Lesdorf nicht in das Schiff hier Held Aber da ist so ein geiler, wir brauchen einen Köder, Lestor, wir müssen einen haben, der sich... Ich bin einer, was geht? Ihr musst halt irgendwie ein bisschen locken und dann... Komm mal mit, ich hau dir auf die Fresse und dann kommst du einfach. Musst du abhauen. Ich geh nicht rauf. Naja, aber so, dass ich glaube ich das jetzt noch sehen kann. Ich weiß auch nicht genau, wieso. Oder auch nicht, okay. Ich geh auch ein bisschen drauf, deswegen geh ich nochmal kurz nach oben. Das gebläht. Lässt du auch ein bisschen köder, das reicht. Ach, der ist draußen. Schnell! Wir müssen schnell in das Fenster rein, bevor der wieder da reingeht. Das ist halt so ein bisschen auf Zeit. Ich versuche schon mal reinzukommen, ich bin drin. Äh, das säkelt mich grad alles an hier. Äh, ich lebe unter Wasser. Mhm. Das ist aber so eine schöne Idee. Ja, natürlich! Wer kennt sie nicht? Die elektrisierten Holzkisten! Ja, komm mal schnell hier hoch. Bullshit! Ja, das Ding ist, jetzt müssen wir das Rätsel... Weg ist er! Ja! Jetzt müssen wir das Rätsel-Lauten lösen. Das sind vier Schatzkisten. Ich hab keine Geduld. Wir müssen die in der richtigen Reihenfolge drücken. Schaffst das. Das geht nicht. Okay. Okay, in der richtigen Reihenfolge? Ja. Alles klar, ich kann nur nicht sagen, wie viele Anläufe es braucht und wie viele Leben jetzt dadurch verschwendet werden. Gut. Fail eins. Fail zwei. Ich geh gleich drauf. Das ist safe. Das wäre ja viel zu billig. Ich wette, es gibt irgendeinen gewissen Trick, um herauszufinden, in welcher Reihenfolge das ist. Das ist... So nervig würde Nintendo niemals ein Level gestalten. Ein Wasser-Level. Nein, nein. Einfach alle fake. Oh, du hast die richtige gefunden. Ja, Mensch. Super. Und jetzt? Ich hab hier auch gleich. Aus den Kisten kommen noch Blasen raus, wenn der dadurch schon so... Ja, ich hab jetzt auch gerade eine gekriegt. Okay. Alright. Okay. Guck mal da, dass du auch schon. Siehste. Siehste. Oh, meine Fresse. Oh, ich will sterben. Okay. Wunderbar. So ist das gut. Boah. Hast du aber auch gut gerettet, ey. Muss ich uns sagen. Was soll ich sagen? Also... Ich bin halt einfach ein Macher. Also... Normal hättest du ja schön alles hochspringen müssen. Du musst nur noch hier hoch springen lässt du. Wo denn Schatz? Oh, meine Schweine. Das tut... Irgendwie tut's mir sogar leid. Seht ihr, Leute, das ist der Grund, weswegen wir keine netten Sachen auf dieser Welt haben können. Weißt du, weil... Das ist halt einfach der Grund, weswegen es einfach kein wirkliches Gleichgewicht auf dieser Welt gibt. Weil... Weißt du, die einen heulen grad innerlich los. Die anderen lachen. Du schaffst das, Lester, aber ich glaub an dich. Das... Hol dir dein Gold. Weißt du, one man's trash is another man's treasure. Ich hab's noch mit nem krassen Skill. Okay. So, da warst du eben schonmal. Sehr gut. Was heißt... Oh ne, ich hör Lessis Aggressivus Atem. Das hat man in der Zeit gehört. Das war schon lustig. Ich wollte grad sagen, aber es gibt wahrscheinlich nicht nur diesen einen Stern da drin. Nein! Es gibt nur einen Stern im Level. Alles gut. Ja. Ja. Okay. Wir machen das einfach nochmal, weil es so viel Spaß gemacht hat. Und weißt du was? Alter, hier ist irgend so ein Mini-Fliegen für das Nervliche an der Zeit. Papistisch. Ja. Es hat wieder mit dem Aal zu tun, was wir jetzt tun müssen. Brauchst du Starthilfe? Ja. Oh, oh. Das ist die falsche Richtung. Ah, okay. Egal. Da schwimmen wir so. Ist auch gut. Ein bisschen zusammen schwimmen. Guck mal, das Schiff ist oben. Vor allem ist wieder ein Köder, Lessi. Lessi, wo bist du? Ich bin nicht im Wasser. Was machst du denn da oben? Ja, weit weg von dir sein. Ne, also wir müssen wirklich den Aal da aus dem Ding locken. Ja, den kriegst du nicht. Ich werde das auch noch nicht gekriegt. Ach stimmt, du bist ja Luigi, du hast ja mehr Power. Das ist ja voll der Cheat eigentlich, wenn wir mit Luigi da schwimmen, weil der ist ja schneller am Schwimmen. Ja, aber das ist eine gute Revenge. Ein eiferter Spiel gehackt, ey. Okay, da warte ich hier wieder in Stern 2 auf dich, ja. Das war nämlich glaube ich gerade Stern 6. Ist aber nicht schlimm. Scheiße. Also der offizielle Weg für diesen Stern wäre es gewesen, die Metallkappe zu benutzen, die wir noch gar nicht haben. Aber Luigi regelt schon. Naja. Lessdorf macht das schon. Lessdorf ist so Stein, so Metall hart, der macht das auch ohne Cap. Ich hab's halt möglich, irgendwie Spiele echt so auszunutzen, dass ich nicht den PC nehme und nicht den Weg nehme. Ist ja okay. Viel Spaß mit Lörpüchen. Auch schon bei Hello Neighbor. Ja gut, das Spiel war drauf ausgelegt, das zu verarschen. So, jetzt gucken wir mal um den Aal hier mal raus zu loggen. Du bist so unglaublich hässlich. Ja komm, ja komm, ja komm. Ja, ja, ja komm. Ja, wer ist ein feiner Aal? Ja, wer ist ein feiner Aal? Jetzt müssen wir uns den Schwanz von dem Aal greifen. Can you do it? Wo bist du? Ah, da. Ja, genau. Ehre. Ja, da kam gerade ein kleines bisschen die Competitiveness raus. Ah, so gut gemacht. Luna, schau auf dein Handy. Ja. Snacket sucht auch immer eine Konkurrenze von allen. Nicht von allen, ja. Gibt Ausnahmen. Oh ja, Luna, ich stimme dir so zu. Hello Neighbor ist der letzte Dreck und hätte einfach niemals auf meinem Kanal stattfinden sollen. Nein, Hello Neighbor ist dein Markenzeichen, Lesdorf. Nein, Hello Neighbor habe ich nur drei Mal gespielt. Es ist trotzdem dein Markenzeichen. Alle kennen dich unter Hello Neighbor. Wenn man Hello Neighbor irgendwo hört, dann denk man immer zuerst an dich. Ja, nein. Ich schon. Ich werde auch diesen einen Teil nicht nochmal spielen. Ich bin immer wieder mit dem Gedanken am Spielen, aber nein. Wann geht es weiter, Lesdorf? Ich hasse das Ding nicht an. Das hat mich so sauer gemacht. Ich weiß. So, jetzt müssen wir in die Hürde tauchen. Ich bin immer wieder mal gewollt, ein Spiel noch eine andere Chance zu geben, aber Hello Neighbor hat sowas von verkackt damit. Eines Tages. Ja, also da muss schon verdammt viel passieren, damit ich das mache. Da würde ich schon wirklich desperate nach Aufmerksamkeit sein. Ja, das passt auch zu Lesdorf, das stimmt ja. Hä, was? Na, was du da geschrieben hast. Äh, also wenn ich an Lesdorf denke, dann gibt es unsere Kassel und Autorespiele. Meine Seele steht im Kopf. Boing. Ich finde, es hätte schlimmer sein können. Also ich habe eigentlich auch... Also bei anderen Leuten habe ich ein schlechteres Image. Was? Ja, ich bin halt nicht überall so nett aufgesehen. So, wir haben nochmal ein Rätsel hier für den... Okay, wenn ich ein unkreativer Nintendo-Mitarbeiter wäre... Das würde ich wahrscheinlich hinten anfangen. Und dann... Und dann... Und dann... Und dann... Und dann... Du musst dich davon neu behandeln, ne? Ja, das habe ich natürlich gesehen. Du hättest einfach am elektrischen Stuhl gestorben. Wir müssen uns da halt doch nochmal in dieses Bombenlevel reinfällt mir grad mal auf. Wir haben den 100 Münzenständer gar nicht gemacht. Glaube ich. Wir werden das auch nicht machen. Bist du sicher? Ja, ich gehöre zu diesen Leuten, weißt du, die müssen Spiele nicht auf 100% haben. Da bin ich froh, wenn die Story durchaus dann gut ist. Du musst ja die volle Experience haben beim Spiel. Ja, nein. Nein, fuck it. Wenn du es nicht schaffst mir die volle Experience während der normalen Story zu zeigen, dann sorry, ist dein Spiel schmutz. So. Hallo Lestoff, willkommen zurück. Sehr gut. So, oben natürlich... Natürlich... Links. Ich werde dann auch noch natürlich ganz rechts. Und natürlich ganz unten, weil... Ja, natürlich. Natürlich, weil wir sind Nintendo-Mitarbeiter. So klassisch. Ja, genau. Äh... Wer hat das jetzt, bei denen ich mich erschrecke? Und du und Lessie drüber lachen? Ja, Hello Neighbor war nicht mal die Story gut, ja. Das ist richtig. Was? Du warst doch erst das Sahne, die Story. Nachdem sie sechsmal über den Haufen geworfen wurde während der ganzen Entwicklungsphase. Red Coins on the ship! Wer hätte damit gerechnet? Aber jetzt werden wir ja... Zusammen mit diesem Stern, den 100 Münzensternack mitmachen würde ich sagen. Und haben halt auch so Füße. Das will ich nicht alles einsam, was geht. Perfekt. Höh? Was hast du für'n Schalter gerückt? Oh! Das ist die Zeitbombe. Ach, da oben! Ah, okay. Verstehe. Du musst noch aufs Schiff! Du musst noch aufs Schiff! Warte, mach ich es auch mal. Ja. 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 Ja und das war tatsächlich auch einfach nur die Story dahinter gewesen. Nachbar hat tote Familie und das ist jetzt zu deinem Problem. Genau, das ist jetzt zu deinem Problem. Also das war zumindest in Teil 1 so. Teil 2 war es so irgendein Reporter, der irgendwie vom ganzen Dorf nicht gemocht wurde. Mach den Mund auf. Aber Teil 3 hat mich gebrochen. Teil 3 war mir ziemlich ein bisschen frei. Oh ja, sammeln Kuscheltiere, die auf der ganzen Map verstreut sind. Aber da ist ein Typ, der sammelt sie alle wieder ein und versteckt sie. Und wenn du denn alle hast, ist das aber auch scheißegal, weil du kommst trotzdem nicht weiter. So ein scheiß Spiel. Ich meine, Teil 1 war ja wenigstens noch durch die Bugs und so weiter ganz witzig und Teil 2 war durch die Bugs halt spielbar. Das ist halt einfach mega chaotisch, das Spiel halt, ne? Dieses Haus da fand ich mal mega witzig, weil es so chaotisch war. So, ich geh mal eben in die Höhle, weil da gibt's nämlich noch ein bisschen Münzis. Ich find das so irritierend. Ich steh halt am Fenster. Also mein Schreibtisch ist halt direkt an zwei Fenstern dran. Einer links von mir, einer von mir gegenüber. Und immer wieder, denke ich, jemand steht vor meinem Fenster. Möglich ist das? Durch die Spiegel. Vielleicht bin ich ja da. Ich wusste, dass du trägst einen mobilen Greenscreen. Ja. Oh Gott, bin ich schlecht. Scheiße. Also wir sollen jetzt einfach nur die ganzen roten Münzen kriegen oder was? Ja, das war die Mission. Aber auch 100 Münzen für den zweiten Stern. Weil das kann man immer sehr gut kombinieren mit den 8 roten. Da wird ja auch Münzen geben. Dein Ernstspiel. Ich hab grad einen Goomba durch die Wand gehauen. Deswegen wünsche ich Münze, von dem ich aufsammeln. Scheiße, es fehlen vier Münzen. Wir haben jetzt sieben. Ja, aber dann fehlen immer noch zwei richtige Münzen. Das ist jetzt belastend. Ich weiß nicht mehr, wie viele Münzen es maximal im Level der gibt. Scheinbar nicht so viele. Also eigentlich mindestens 100. Naja, klar. Aber ich hab halt einmal einen Fünfer verdaddelt gerade. Der ist halt weggespawnt. Und einen Goomba durch die Wand geboxt. Ich fiel das auch. Joa, das ist jetzt belastend, ey. Für die roten Münzen habe ich das alles. Für noch zwei richtige Münzen für den 100 Münzen Stern. Ja, wir können das wieder cheeseen theoretisch, ne? Dem einen bei einer rausgebe, da reinkommt und dann kann er die Münzen wieder einsammeln. Gab's denn nicht noch mehr Münzen vielleicht? Gab's da oben noch Münzen? Hm. Ah, shit. Du hast einfach einen anderen Stern eingesammelt, auch nicht schlecht. Aber ja, jetzt kannst du wieder reinkommen. Ich kann's dann auch zwei Münzen einsammeln in der Zeit. Hey. Von irgendwo, weiß ich nicht. Durch Gegner oder so. Ich dachte, wenn man gegebenenfalls... Oh. Meinst du die Stärke wünschen? Ja, das sind irgendwie alte Sterne oder so. Nee. Zur Not oder so. Normalerweise wird man das Level auch verlassen, wenn man einen Stern einsammelt. Ja, das hätte... Also... Hätte ja sein können, dass das ja irgendwie für bereits eingesammelte Sterne nicht gibt. Naja, leider nicht. Du sammelst ja auch einen und verlässt das Level dann trotzdem. So, jetzt prüfe ich mal eben hier oben die Stelle, wenn ich den genau hinkriege. Na komm, test es mal. Ach, Betrug, Alter. Ich glaube echt, dass es dann, dass es echt alle Münzen so gesehen waren, ey. Max, mehr kannst du uns durch die Gegner-Welt schon mitnehmen, weil du das Level verlassen hast. Das könnte noch gehen. Also, ge-cheated-mäßig so. Jaaaa... Jaaaa... Dann... In der Höhle müssen die dann... Hm, genau. Guck, fix. Oh, scheiße. Ja, perfekt, Alter. Aber ich glaube nicht, dass die da sein werden. Mist, die sind auch keine. Verdammt. Nö. Scheiße. Wir scheitern einfach wirklich an zwei Münzen jetzt. Hm... Ja, gut. Ich könnte jetzt einen anderen Stern aussammeln. Und nicht den acht roten Münzen-Stern. Dann müssen wir den nochmal machen. Weil ich bin hier oben gerade. Hallo. Ich sammel den noch einmal auf. Den acht roten Münzen-Stern. Können wir auch machen. Aber dann muss ich damit trotzdem verlassen. Ist das der, den du da oben hast? Bei mir ist auch einer. Das da oben, den du holst, ist acht roten Münzen-Stern. Aber ist alles scheißegal, welchen wir holen. Aber dann geh... Dann nimm du doch deinen da mit. Ja, eigentlich können wir beide mitnehmen. Stimmt wohl, ne? Das hat ja keine Rolle. Verlassen wir beide mal... Ja, ja. ...richtig, äh... Jaaaa... Ah, dann müssen wir trotzdem mal die 100 Münzen holen. Holen. Äh... Ich weiß, dass meine persönlichkeit dachte, sie gar nicht was. Verspart auf dich. Habe ich den Kontext gerade nicht verstanden. Ah, das wird... Ah... Okay. Ja, jetzt haben wir ja eigentlich alle Sterne durch. Aber wir müssen jetzt aufpassen. Wir müssen wieder den roten Münzen-Stern auswählen, ne? Sonst ist das Schiff nicht oben. Okay. SML, die hier oben sind. Naja, ich versuch... Also, eigentlich darf man die Höhle einfach nicht verkacken. Also, die blauen müssen, die da spawnen. Die müssen halt... Die müssen halt alle kriegen. Das ist echt belastend. Ach, du Kackmuschel, Alter. Wow. Warte. Wow. Warte. Ich hab dich am Anfang die Münzen vergessen, so eine Scheiße! Kack, Box. Ich werd verkackissen. Ne, ich hab am Anfang die Münzen... Also, ich mein, ich glaub an dich, aber... Ich hab die Box hier vergessen am Anfang des Levels. Da sind ja auch noch Münzen drin. So. So. Also, I did my part. Hat's richtig gelohnt, die keine Münzen zu nutzen. Kannst auch gerne mal hier mit runterschwimmen, ne? Also, in den Muscheln da unten sind auch noch Münzen oder halt in diesem Ring da und so. Ist noch ein bisschen Arbeit, sind noch 50 Münzen. Also, ich schwimm jetzt mal in die Höhle und du sammelst... Hä? Mal. Den Rest vielleicht noch einen. Okay. So. 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 Das war wirklich verkackt. Wundervoll. So. 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 Ja, da haben wir sie. Jawoll. Bist du raus? Nein, nein, bei dem Stern. Also ich kann ja manuell rausgehen. Na ja, klar. Können rausgehen. Dann haben wir das Wasserlevel auch komplett durch. Dankeschön. Haben wir gut gemacht. Such mich. Das ist nur ein Gemälde von mir, das bin ich nicht. Das ist ein Scam. Du musst es tun. Nur weil ich blau bin, ja. Ab ist schon blau. Moment. Mach einfach einen Doppelsprung oder so. Das Ding ist ja, wir haben ja so an sich kein Doppelsprung. Klar ist ein Doppelsprung. Oder? Nee, dann schwebe ich nur. Wenn du genau auf den Boden drückst. So, also ohne Flattern, wenn du erst am Boden wieder A drückst. Siehste? Du hast einen Doppelsprung. Du darfst halt nur nicht vorher dieses Flattern machen. Das darfst du halt, ne? Du musst halt weglassen. Ja, rote Münzen einsammeln. Ich freue mich, wie Jesus auf Karfreitag. Jo. Ja, genau. Bist du vorbeigetaucht? Ja. Millimeter. Du bist schon in der Mitte. Was hast du da für ein Scam? Du warst eben noch an der Ecke bei mir. Und wupp in der Mitte. Ich bin halt schnell, ne? Ja, ohne Witz, ey. So, was möchtest du jetzt machen? Ab in die Kälte oder willst du noch mal 100 Münzen sammeln? Nee, lass uns, lass uns, äh, lass uns direkt in die Kälte. Okay. Oh ja, vibrier ein bisschen mehr für mich. Slipping, sliding away. Hallo. Möchtest du eine Rutsche rutschen? Dann folge mir in den Kamin. Ich hatte schon komische Angebote. Bist du bereit? Alter! Das war knapp, ey. Ich muss ja verrückt, wäre das gar kein Problem. Oh, doch ein Problem. Scheiße. Ah! Du machst das schon, ne? Ja. Ich warte hier auf dich. Oh, ja. Okay, Sekunden. Ich bin gerade viel zu sehr. Was denn? Meine Fenster. Achso. Oh, die setzen sich wieder. Hier, jetzt ist ja der ganze Skillteil vorbei. Hier guckt ja was aus der Hose. Meine Fenster. Eine Aufnahme von Lesson. Jetzt bin ich richtig da. Glaube ich. Irgendwie so. Sehr gut. Dann lass sie go. Hallo. Guck mir ins Gesicht. Sorry, ich musste dir noch ganz kurz was abklären. Okay. Warte, bist du jetzt im Level oder bist du nicht im Level? Scheiße. Ah, doch, bist du im Level. Ich bin im Level. Sehr gut. Jetzt müssen wir nämlich einen Baby-Pinguin zurück zu seiner Mutter bringen. Schaffst du das? Shit. Das ist schlecht. Ja, das ist auch schlecht jetzt. Da kommst du nicht mehr raus. Also außer du rutschst da drunter. Aber ganz ruhig machen. Ich bin deswegen schon mal mit. Ich gehe einen anderen Weg runter. Ich war da doch mal. Scheinbar ein Wettkampf gegen Pinguin. Oh, guck mal. Ich hab's noch drauf. Jo, wie schnell ist ein Scheiß-Pinguin bitte? Achso, was ist das Rennen der Pinguin? Ja. Ja, mega. Bin da runtergefallen. Achso, scheiße. Ich komm wieder raus. Ja, warte, ich hab dich schon eingesammelt schon. Ich komm jetzt wieder raus. Kannst du den dritten auswählen, oder kann ich nicht, ne? Aber egal, Gott sei, den Pinguin ja auch machen, ne? Ja, ich, 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 ja, ich mach jetzt einfach, ich bin jetzt auch wieder drin. Aber ich bin jetzt einfach, dass du Rennen noch mal. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich dich auch hier sehe. Wahrscheinlich nicht, ne? Ich bin jetzt auch in dem Kamin. Hier ist das Rennen. Nee, ich bin alleine hier. Aber ist egal. Wollen wir mal parallel rennen. Einfach Frühstart. Das ist runtergefallen oder hast du das geschafft? Nee, ich bin runtergefallen. Was ist denn da so schnell auf einmal? Ja, ja, der ist wirklich schnell. Der bummst dich hart. Das macht meine... Aber nicht hart genug. Die haben einfach eine scheiß Auto... Eine scheiß Autoanlaberanlage für die Pinguinschritte genommen. Ja, ne? Und ich wollte mich schon... Hä? Wo ist hier denn ein Auto? So, ich bin jetzt wieder draußen. Bist du noch im Level? Ja, wahrscheinlich schon, ne? Vielleicht nicht mehr. Oh, hallo. Nee, Pinguin habe ich eben mal gemacht, ja. Wir können das heute als nächstes schon machen. Außer das wird natürlich... Ähm, Frosty Slide für 8 Red Coins. Das heißt, wir müssen jetzt wieder alle Münzen sammeln, plus die roten Münzen. Aber ich würde sogar empfehlen, bevor wir jetzt runtergehen, einfach die Rutsche hier zu machen, weil da gibt es so viele Münzen in der Rutsche, ne? Flup! Oh, die hat noch echt überhaupt keine nervigere... ...kein nervigere Zaun für die Schritte nehmen können. Was, nicht nach vorne gehen? Versuchen mal, an dem so vorbeizuspringen, ohne dass der dich anredet. Mit einem Long Jump oder so. Ja, oder so, passt schon. Nimm die blaue Münze mit! Äh, ich bekomme nicht. Egal. Ich glaube, hier gibt es eigentlich relativ viele Münzen. Ah, scheiße, wird auch vorbei gerutscht, aber die kriege ich alle mit. Ich habe die alle mitgenommen, die du da liegen gelassen hast, bis auf eine. So, 76 Münzen haben wir. Okay, ich mache den Slide oben noch. Ich denke, du kannst dann quasi den normalen Weg unterstreichen, dass auch noch ein paar Münzis. Ich kann ja mein gegen, würde ich sagen. Tup, 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 tup! Aufzug! Hast du den jetzt eingesammelt in 100 Münzen? Ja, ne? Ja. Sehr gut. Habe auf den Stern. Achso, du bist direkt an der Ecke da gewesen. Alles klar. Ja, okay, wenn den Stern hat eingesammelt, ist das dann... Achso, den 100 Münzen. Naja, alles klar. Ist gar nicht der 8-rote Münzen-Stern, weil der 100 Münzen-Stern. Die müssen wir es noch finden, denn... Wie habe ich es eigentlich gesagt, mit der vorne, ne? Ja, okay. Wow! Fast für der Rot-Stern. Scheiße, ich konnte direkt dreht sofort um. Oh, tschüss. Oh, tschüss. Goddammit. 6? Ich weiß gar nicht, wo ich achte Münster ist, wenn ich ehrlich bin. Obwohl, doch. Ich weiß nicht, wer da hinkommt. Die war weiter oben. Warte mal. Hehehe. Da ist sie. Dong. Dong. Ich warte draußen auf dich. Und wenn ich das auch nicht schaffe, den Einzelnen runterfallen, wäre das blöd. Komm, warte. Komm besser nochmal rein. Wo ist das denn jetzt? Na ja, ich kann nicht viel passieren. Wenn du mal runterrutschst, dann musst du irgendwann halt, bevor du da die 90 Grad Drehung machst, dann rechts ab. Also rechts drüber springen. Oder ich schaffte diesen Long Jump hier jetzt. Okay, hat den Long Jump geschafft. Aber ich kann es dir gerne noch zeigen, wenn du gerade diesen normalen Weg unterrutschst. Ach, Leute, da drüben. Okay, ich sehe es jetzt gerade in deinem Stream. Ach so. Bist du denn da oben noch? Ich hätte viel... Also ich weiß, wie ich da hinkomme. Okay. Kannst du aber versuchen. Äh... Warte, ich muss nochmal ganz kurz hin. Falls du im selben Level wie ich bist, weiß ich es ja auch nicht, ne? So, nein. No! Warte. Alle warten gespannt. Hol, hol ihn einfach. Hol ihn einfach. Hol ihn einfach. Was ist denn passiert? Was ist passiert? Mann, ich bin über den falschen Weg gegangen. Oder wusste ich eigentlich über die Brücke, wo die Schneemänner sind? Ach, du warst schon unten? Also, ich hätte... Also, ich hätte Karnik und... Ja, okay. Alles gut. Ähm... Genau. Jetzt kommen wir schon Stern 5, ne? Ja. Snowman's Lostest Head. Ja, der ist, äh, was schwerer. Tatsächlich. Wir müssen nämlich einfach nicht runterrutschen. Sondern kommen wir hier hoch. Hier gib it. So eine Schneekugel. Die musst du anquatschen, dann rollt die los. Und dann musst du vor der Hero, aber nicht zu weit vor der Hero, damit dass sie dich verfolgt. Und auch nicht zu langsam, weil sonst... Rollt sie die Platz, scheiße, ja. Ja, haben schon verkackt, glaube ich. Sonst rollt die nämlich unten vorbei. Ich kann es nochmal versuchen, ob das irgendwie so funktioniert. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Oh, guck mal. Hat noch geklappt. Geil. Weil die finde ich immer mega nervig. Wenn du halt zu weit weg bist und so, dann rollt die immer gerade aus ins Nichts. Mal sehen. Aber das scheint nicht klapp zu haben. Ja. Gönn dir. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Und da sind wir hier fast fertig. Oh. Wo willst du hin? Oh, shit. Warte. Wir sind hier noch nicht fertig, mein Herr. Oh. 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 ja war keks will work muss überlegen ich habe rutschen dass man da scheiß drauf so rumheuler ist schon 40 stunden da hallo fleißig fleißig der herr platz 19 meine fresse so lange stream das hast du gestimmt seitdem er dabei ist scheinbar ja ich bin auch ein bisschen überrascht viel norland gezockt wir müssen ganz unten frage was ist der geile weg ja ich bin schon unten ja das ist schön wo wirst du denn gerade steht ja nicht du musst quasi bevor die schneemannbrücke gehst okay naja ich sehe dich da hinten ich kann sie ganz zeigen so wenn jetzt hier hoch guckst das ist ja dieses grün kann man grün nennen keine ahnung diese wand dann aber die brücke dran klebt auch wenn du da einfach runter rutscht dann schaffst du es bis hier zu fliegen nicht in schwung sondern kann man ja du kannst auch hier warten tatsächlich ich gehe mal eben zum poppum und die kanone das war knapp ich habe fragen ja du wolltest spaß und noch mal haben ich weiß kann ich verstehen meine fresse nein ich will nicht mit dir dann kannst du diesmal das ausprobieren hier mit dem was ich eben gezeigt habe vor der schneemann drücke also ich putsch jetzt gerade die andere strecke was den kamin oder was ja ach so er ist okay da kommst du auch hier unten aus ich höre dich Münzen einsammeln finde ich gut geld ist immer gut du kriegst übrigens pro 50 Münzen immer ein leben ja das wird mir jetzt sehr gut helfen alter ich höre das doch zweimal ja gut 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 genau so ja was ist los jetzt müssen wir krass sein ja wir müssen es nämlich einmal hier rüber schießen und es überleben drüben ist nämlich ein baum auf der anderen seite unter diesem blieb und den müssen wir treffen so nämlich das wird ja easy ich wüsste gar nicht was da schon geht ziel ein bisschen höher auf jeden fall als du vielleicht denkst gut dass du ein bisschen höher gezielt hast das ist halt jetzt schon arschknapp aber es hat geklappt das war skill ich brauch den baum halt auch einfach ja ok wenn ich hier am besten drüber springe ohne sie zu berühren so wie die Schneemänder ja weil wenn du auf den drauf springst dann hebst du nämlich ab also lass dir den vater sprung alles easy so hier muss ein long jump rüber aber ich zeig es dir ne das war kein long jump das war der wo du dich halt duckst und dann schnell A drückst so wolltest du nochmal hier hinkommen ja ich muss ein kleines bisschen weiter gehen du kannst nämlich auch wenn du Glück hast von ganz oben runterspringen und das ist halt so ein crazy jump ich kann dir schlecht erklären wo du runterspringen musst dann kommst du quasi auch an diese Stelle ja warte so go koala ich will mal gucken wo du musst dann quasi runterspringen musst ganz knapp an dieser oberen Kante vorbei und dann ganz stark in die Richtung der Map drücken halt damit du halt wieder hier auf landest sonst fällst du halt vorbei ist halt kein sehr einfacher Sprung das klingt definitiv auch nach etwas was für mich ist genau ich kann ja schon mal hier das gewollte machen so schon mal nicht so wo bist du runter gefallen? ich habe es nicht gesehen bei der grünen Wand weil das rechnet ja gerade so um da rüber zu kommen du bist da du musst nur gerutscht du darfst nicht springen währenddessen du musst nur rutschen ja fun fact es reicht auch um drüber hinweg zu schießen was? ne ja gut vielleicht schon wenn du halt straight runter gehst ja ok ok ich bin jetzt bei der ersten Kanone es gibt nur A achso ich höre dich zielen ja ja du schaffst das du schaffst das da ist er schon ja ja jungen jetzt muss ein neuer hier hochkommen ja alter wie ein Pro ja walljumps sind ja nun naja so geht es nicht außerdem hast du ein dreifach Sprung da würde es glaube ich auch gehen ich glaube so ist es auch ursprünglich gewollt alter ich erfriere hier schon krass ich hatte ihn aber quasi an der Wand an der grünen Wand gemacht das ist ein Wandsprung dann reicht es halt so ganz knapp um da hoch zu kommen ne ne nicht so weit du musst da relativ nah an der Wand also quasi du sprichst was gerade nach oben geführt ja quasi von anderen richtungen muss sagen ne ja ich weiß was du meinst ok ich hab gerne das eine auch nochmal ausprobieren warte mal mit dem dreifach Sprung es geht ok ja schon wieder den Dings ist noch aufgedrückt perfekt naja ok das geht auch man sieht nur nicht sehr viel wenn man das nur macht ne kein long jump ein dreifach Sprung müsste es sein den du da getimed am Ende halt bekommst aber mit Luigi eher bisschen schwierig wahrscheinlich weil der ja auch flattern kann ne äh also bei dreifach Jump bin ich mir tatsächlich jetzt sicher dass ich den nicht hab naja also aufbaut wie der Double Jump dann nicht ja musst du am dritten Mal auch wieder perfekt halt dann treffen in deinem Fall ja mach's lieber so warte ich versuch's dir auch nochmal so zu zeigen dass du quasi von hier in der Ecke läufst und dann so genau jetzt so ungefähr dann ja Arschbombe okay ja aber ja perfekt hol in dir sehr geil Applaus 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 Hat niemand gesehen dass ich ja wieder fast runter gefallen wäre das war für die die Spannung ja ja wir hatten jetzt ja alle ne äh sehr gut Dankeschön Applaus 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 Ja wir hatten ja alle man kann das irgendwie nachgucken 2 4 6 haben wir auch haben wir auch das ist echt der 100 Münzenstern aber das können wir auch im andern mal vielleicht machen so was sollen wir jetzt machen jetzt haben wir hier alles bis auf den einen Kackstern aber ist egal wir könnten jetzt bei uns einen Arsch treten wenn du willst ja let's go ok ihr vor wir hatten übrigens auch schon mit 8 Sternen hier reingehen können ich hab eigentlich nur drauf gewartet auf dieses ja wie kommen wir da jetzt rein wo kriegen wir den Schlüssel her hm wer weiß ja it's a trap und aber schon mal vorab in diesem Devil gibt es auch 8 rote Münzen ok das war jetzt belassen dass ich das gemacht habe aber das war alles nur gerufen der Trigger ist echt schwierig unsichtbare Warte hier so nochmal naja unsichtbare Warte ist richtig da kommt es nicht hin so wir haben uns auch ist ne alter ich bin grad nicht gesprungen holy shit oh was macht hast du den Arsch eingequetscht wir kommen mit kommt gut greiflich mein resdorf an oh das war eine gegeben Gönn dir. Greif dich bei Last of Us, nur ich darf das. Genau. Oh, die sehen aber freundlich aus. Ja. Ah, lauf einfach, passiert schon nichts. Beim ersten direkt. Hier musst du aufpassen, hier musst du halt schnell da hoch, ne? Danke. Also hier habe ich jetzt schon voll mental drauf vorbereitet, so okay, okay, long jump, long jump und dann zieh die Scheiße da einfach raus. Ja, du hast den Vorteil, dass du halt flattern kannst, ne? Wir haben uns eine rote Münze übersehen. Okay, ich hole schon mal die andere. Oh, wenn ich keine Steuerungsplay weiter, holy shit. Ist echt übersensibel bei mir. Ich könnte jetzt auch die andere holen, wenn du möchtest, bin ich wieder auf dem Weg. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh. Hallo. Wir machen uns einen einfachen Weg, ne? Wir machen uns einen einfachen Weg, ne? Da war ich gerade schon. Ich komme gerade her. Ich weiß, ich will nur die anderen Münzen holen. Achso, ja, okay. Weil das sind ja wieder die zwei, die uns am Ende fehlen. Ich brauche keine 100 Münzen. Es ist mir egal. Ja genau, Geld ist immer gut. Es geht um einen inneren Monk. Komm hoch, mein Junge. Ach, da bist du. Da bist du eigentlich gar nicht so schlecht. Aber egal, jetzt bist du da. Weil ich sehe jetzt beide roten Münzen von hier. Oh, oh, die Waagschale kippt. Das aussieht. Wo bist du jetzt? Hinter der Wand? Ich sehe dich da noch. Okay. Ja, ich bin in gewisser Weise hinter der Wand. Der ist hier über das Ziel hinausgeschossen. Das ist eigentlich irgendwas Neues mit diesem Koop oder wie. Kommt doch an... Ich sag mal so, Koop-Mods gab es schon etwas länger. Ich glaube, das Ding gibt es auch schon mittlerweile zwei Jahre oder so. Wenn ich mich täusche, ein oder zwei Jahre bestimmt. Das ist einfach... Ich finde das einfach am besten. Weil das klappt einfach alles smooth. Es ist easier, sich zu verbinden. Und man kann das bis zu 16 Leuten oder so, glaube ich, machen. Und es gibt auch so andere Modi hier drin. Wie jetzt zum Beispiel verstecken, spielen oder sowas. Also beziehungsweise fangen. Dass einer quasi fängt. Wenn der einen halt gerührt hat, dann fängt der andere mit und so ein Shit. Das ist halt so ein... Das ist einfach geiler irgendwie. Heißt, wenn man irgendwie ein paar Leute hätte, dann kann man echt ein geiles Fun-Game ausmachen. So mit acht Leuten oder so. Wenn man hier so fangen... Fangen zu spielen. Oder verstecken zu spielen eher. So verstecken macht irgendwie mehr Sinn. Weil es irgendwie lustig ist. Dass dann quasi einer sucht und dann ist dann hier... Ja, dann verstecken ist dann so... Da hängt es mich jetzt hier dran oder so. Weiß ich. Man kann auch seine Farbe vom Character komplett anpassen. Das macht es dann auch nochmal interessant. Dass man dann die Farbe vielleicht der Umgebung ein bisschen anpasst. Wie es ein Chameleon spielt. Falls man es nicht schon gesehen hat. Wenn man ihn... Ganz genau aufgepasst hat. Ich glaube, wenn man sich versteckt, muss man glaube ich den Toad nehmen. Weil das ist am kleinsten. Den wird man glaube ich hier drüber nicht so gut sehen. Kann ich mal eben testen. Man kann nämlich hier verschiedene Carrier noch nehmen. Ja, hier Toad. Der wäre zum Beispiel mega gut versteckt so. Da bist du ja wieder. Okay. Oha, belastend. Ich habe da mal einen Stern für dich aufploppen lassen. Oh, das ist doch für mich jetzt. Ganz kurz... Hinter dem Rohr. Ah. Yeah. Bist du bereit, bei uns an den Arsch zu treten? Ja, peace. Dann gehen sie in diese Röhre rein. Nein. Außer du willst alleine kämpfen dann. Du weißt, dass es Rache ist und seengerecht ist. Gerecht vielleicht schon, aber finde ich nicht gerade sinnvoll, oder? Das mag sein, aber... Weißt du wie es geht? Ja... Wirkt zumindest so. Also ich bin auch nicht so in dem Super Mario Zeug drin, ne? Aber ich habe das mal bei anderen Streamern gesehen. Und das sah halt ziemlich lustig aus. Naja, fast. Äh, ich schätze mal, ich muss die Bomben treffen, ne? Jawoll. Jawoll. Das ist geil, dass ich einfach T-Post dabei bin, wenn ich gestankt bin. Ja, ja. Go, Lessie. Go, Snacket. Ja, ich guck mal zu. Alles gut. Ja, 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 ja. Ah, Millimeter. Zu früh. Genau, wirf ihn weg wie Hello Neighbor. So, komm, das... Also du musst auch nicht die volle Geschwindigkeit machen. Das reicht doch schon. Also nicht ganz langsam, aber so ein bisschen weniger... Wow. Man hat echt nicht... Ich hatte echt keine Erwartung gehabt und trotzdem verkackt. Hat man eigentlich gerade den Sound gehört bei dem Lasted Command? Ich habe das irgendwie gar nicht gehört. Vielleicht weil der Rest halt lauter ist. Kann auch deswegen sein. Münzen. Oh mein Gott. Was ist denn los mit mich? Du schaffst das. So. Guck mal, er hat sich perfekt vor die Bombe gestellt. Er geht fast von selbst an. Komm her. Komm her. Komm her. Sehr schön. Sehr schön. So. Jetzt. Jetzt aber. Ah, es hat gezielt. Immerhin. Ich dachte, es geht wieder vorbei. Gott sei Dank gibt es zu große Hitboxen. Oh, Mann ey. Juhu. Hallo. Habt ihr mich ja alle verlassen? Hallo. Ich bin noch hier. Hallo. Als werde ich jetzt hier auftauchen. Okay, wenn ich nochmal go exit machen. Ne, okay. Ich muss jetzt zweimal das verlassen, wenn ich einmal dann vor der Röhre gelandet bin. Ja. Auch nicht schlecht. Hm. Wir haben jetzt einen Schlüssel, Lassi. Was machen wir damit? Ich weiß nicht, Mr. Sonderschul-Lehrer. Bitte sagen sie es mir. Nicht die Tür aufziehen. Scheinbar weiß ich es wirklich nicht. Doch, weißt du. Das ist trotzdem die falsche Tür. Okay, komm mit. Ja, okay. Ich war mir gerade unsicher, ob hier unten tatsächlich auch eine ist. Oder wir gehen erst da. Geht auch. Ich wurde jetzt gerade erst mal vom... Was ist denn jetzt überall Geister? Findest du das versteckte Level hier? Ja. Hm? Willst du einen Tipp? Ja, Horus. Das hat mit den Geistern zu tun. Oder genau mit einem der Geister. Was machst du denn da hinten? Also ein Geist ist sogar ein bisschen anders als die anderen Geister. Ich diskriminiere keine Geister. Einer ist anders als die anderen. Nur weil er ein kleines bisschen größer aussieht, heißt es nicht, dass er anders ist. Schwupp. Schwupp. Die Gruselwelle. Ja Luna, ich weiß. Alles gut. Müssen sie auf Geisterjagd gehen. Das fressende Klavier. Was damals alle langzuschnecken versetzt hatte. Einfach mal die roten Münzen sammeln. Guck mal, das ist ein Geist. Aber man könnte sagen, das ist jetzt Luigi's Mansion. Ja. Nur vor Luigi's Mansion. Ja. Und vielleicht Luigi's Spiel. Ja. Stimmt. Zwei Geister? Ja, bleibt unsicher. Ja. Na scheinbar. So, bis hin gelaufen. Ja. Ich bin in einem Raum. Ich kann dir selber nicht mehr wieder sagen. Müssen wir uns die Geister töten. Achso. Na ja. Ich habe aufgepasst. Ich hätte natürlich auch einfach den da nehmen können. Kannst du entweder von hinten boxen oder Arschwurm drauf machen, wenn die halt gerade nicht in dieser Geisterform sind. Die sind immer nur in der Geisterform, wenn du dich die anguckst. Ach, das Schwein gehabt. Ganz vorsichtig. Was heißt Schwein gehabt? Ich weiß, wie es funktioniert. Das ist purer Skill. Dieses Battle. Sehr gut. Ja. Warst du hier schon drin? Nein. Doch. Tatsächlich war ich hier schon drin, aber... Mein Fettisch. Schade, dass man hier nicht stagern kann, ey. Ja, das habe ich gesehen. Ja, das habe ich gesehen. Okay. Ich habe einfach dieses Wario-Geräusch, das finde ich immer noch mega. Ja, okay. Let´s go. Äh, wo willst du hin? Wolltest du kein Geisterlevel mehr? was gibt es denn die rückenschütze oh guck mal ein hase ja mensch was dreimal racken wieder heils das ist ein komischer fahrradhelm die wand hat gewackelt ich weiß es nicht es passiert gerade so das ist den treibstand kommt ist in seinem tod richtige ballerina erstreich ich macht ja alles ich frage mich vorher sein kann ich habe keine ahnung seht ihr etwas naked nicht weinen alles gut da müssen wir jetzt nicht in die pyramide rein es passiert hier gerade zu vieles und ich bin dezentig überfordert wo ist der stern aber da sehe ich dich doch gar nicht kommt der jetzt hier drüben wieder raus oder nein mistake Nein, 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 nein. Mistakes were made, Mistakes were made, wir haben draus gelernt. Nein, 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 nein. Ich hab mal den ersten Stern geholt von dem Geier. Willst du mich verarschen? Achso, von dem Geier, okay. Ja. Aber ich kann noch wieder in den selben Stern reinkommen, das müsst ihr glaube ich auch gehen, um den anderen Stern darzuholen. Ich sehe dich laufen, mein Freund. Hallo. Die Flying Ballerina. So, jetzt werden wir in die Pyramide oder gehen erst auf die Pyramide drauf. Das sind die zwei Optionen, die wir haben. Ich gehe drauf und auch auf die Pyramide. Nein, oh Gott. Wieder gestorben. Okay, nein, 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 nein. Wir gehen in die Pyramide, wir gehen einfach in die scheiß Pyramide. Ah, schade. Ah, scheiße. Das war jetzt unbeabsichtigt in dem scheiß Feuerball. Ich habe aus Versehen einen Stern eingesagt, das wollte ich gar nicht. Oh, hallo, lässt doch, wie geht's? Wir können jetzt den dritten Stern nehmen, ja? Ja. Also, Inside Pyramide. Ja, sag ich ja. Also, halt der, der dritte. Guck mal, soll ich das zeigen? Okay, nein. Tu es nicht. Tu es nicht. Okay, gut. Komma, aber du kannst, du kannst, du kannst, du kannst, du kannst erflattern, komm mal mit. Ja, wenn ich denn die rüber schaffen würde, Moment. Quasi hier so rüber. Und dann nicht in den Treibstand hier, sondern der Rechtshand vorbei. Genau. Und dann kommst du hier mit hoch. Und dann machst du einen richtig krassen... Ah, ja, natürlich, dass ich das einfach nicht gesehen habe. Da machst du richtig krassen Eberskill Long Jump. Darüber. Warte, ich zeig's dir. Okay. Ein bisschen Platz. Ja, fast. Du warst zu weit rechts leider. Als wär's wieder hochgedrückt worden. Ja. Ich warte immer auf dich. Ach, schön, die höchsten Welt, ne? Bisschen warm hier, aber sonst... Wupp. Trommelwirbel. Na, na, ist gut. Geh einfach nochmal hoch. Wenn du das nicht schaffst, einfach wieder zurück. Bevor du dann in den Treibstand kommst. Wupp. Da ist er wieder. Wie das aussieht, wenn du da hinten verschwindest, wieder auftauchst. Nein. Du musst halt rennen, ne? Vorher. Ja. Ja, der war's so gesehen. Und du musst halt dann noch in die Richtung drücken, in die du halt springst. Dann springst du, glaub ich, noch weiter. Hm, hm, hm. Und da ist er wieder. Jawoll! Sogar instant, ohne... ... in die Schräge zu kommen. Ab in die Pyramide. Schön hier, ne? Ja, ne? Meine auch ein bisschen. Das hat nicht gedacht. Schade. Einfach Münzen gesammelt. Perfekt. Oder so. Das geht, ok. Oh, goddammit. So. Ein richtiges Rennen hier. Ist ja richtig gut unterwegs. Da war er sogar schneller. Selten, aber tatsächlich schneller. Wenn ich gerade mal hier oben bin, soll ich noch einen anderen Stern hier holen? Ja, mach mal. Okay, wir müssen nämlich hier runter springen. Und diese Münzen sammeln. So. Ich bin schon wieder drin. Ach so. Wollt ihr es wieder rein oder ein anderes? Okay. Das heißt, wir haben jetzt Stand tall on the four pillars. Also, was müssen wir tun? Äh. Ich bin auch. Alter, ich bin hier voll gescampt. Ich schätze mal, wir sollen halt auf jeden von den Dingern, die draufstehen. Ja. Jawoll. Und den schwersten siehst du schon. Ja. Aber es gibt auch eine Fliegerkappe hier in dem Level. Und einen Koopa Shell. Weil das nicht funktioniert. Scheinbar. Oh, das war auch mein letztes Leben. Oh nein. Oh nein. Ich try am Koopa Shell. Ah, es geht. Oh Gott, dammit. Ich hör dich ja schon wieder. Ich dachte, jetzt hätte ich diesen einfach so aufgenommen, ohne was zu tun. Oh, knapp, knapp, knapp. Don't just stand there. Oh, du hast es doch geschafft. War doch gar nicht so schwer. Soll ich dir was spoilern? Na? Dann musst du das zweimal machen. Also nicht jetzt gerade, sondern nächstes Mal, wenn der nach hier rumläuft, musst du ihn schon wieder fallen. Vielleicht wird es aber schlimmer vorgestellt. Ja, es kann halt nervig sein, wenn das dauerlich funktioniert. Oh, das war der Boomsteam. Oh, Gott, ja, das ist doch ein Joystick. Oh, Gott. Oh Gott, es hat mich gekillt! Vielleicht am Leben, der ist so, ich komm wieder! Oh man, was passiert hier gerade? Ich hoffe, dass diese Berührung jetzt noch zählt von mir gerade. Dann werden wir sehen. Hast scheinbar gezählt. Wunderbar. Hast du gesehen, was passiert ist? Die Spitze der Pyramide ist ab. Jawoll! Goddammit! Wollen wir jetzt verarschen? Kann nicht sein. Ola! Ich wollte mein Leben ja noch retten. Bist du jetzt da drin oder bist du jetzt daneben gefallen? Ich bin daneben gefallen. Nein! Aber... Ich versuche auch noch aufzukommen, also alles gut. Wir sind sowas von weg. Das war close wieder? Close for the Toad? Oh ja, der ist ja überhaupt nicht der Ficht in der Scheißtonne. Bisschen, ne? Ach komm! Diese paar Millimeter, die da fehlen. Das war sehr smart aus, glaube ich. So, ich bin drin. Ich nicht. Musst du wohl alleine machen. Oh komm ey! Ich gehe jetzt nochmal damit zu doof, ey. Ich gehe jetzt zu normalerweise, ich bin ganz zu doof, ey. Okay, ich gehe doch nicht den normalen Weg, es scheint. Wenn ich mal das denn kriege. So, jetzt aber meine Fresse. Bist du schon unten? Ja. Wo denn? Bei den Händen. Ah, bist du schon bei den Händen? Kämpfst du schon irgendwie? Ja. Okay. Ich komme gleich nach. Bei mir sind die noch da, die Hände. Ja, bei mir jetzt auch. Ach so. Die sind halt auch noch da. Woher weißt du, dass es Hände sind? Die machen jetzt gerade nichts. Jetzt aber, ne? Ja. Ja, jetzt machen sie wieder was. Sag jetzt nicht, weil du hierher gekommen bist und sie sich besettet. Keine Ahnung. Ich sehe gar nicht, ob du die triffst oder nicht. Mein ist tot. Oh, save des Lebens, Alter! Joah! Ja. Es wäre eigentlich gut, dass mein Tod gewesen wäre. Da muss er tatsächlich unterkommen. Oh, okay, ja, verstehe. Das ist jetzt so ein Endlosflug. Okay, weil ich es da nicht kriegen kann, verstehe. Autsch, ich lass dir die Hand machen, ich mach da jetzt mal nix. Ich hab nur noch ein Leben, also mach du, wenn du die Chance hast. Jo, hast du sie schon getroffen? Weiß ich jetzt nicht, ich zieh das nicht. Naja, wenn es zweimal war, hätte er schon tot sein müssen. Okay. Ja, die ist tot. Gräbt es dar. Moment. Wörst du das? Ja, warte. Scheiße. What are you doing, Stepbro? Genau das. Schön, dass du das gemacht hast. Tschüss. Mama mia, das waren eigentlich auch alle, ne? Ne, der 8 rote Münzen fehlt noch und der 100 Münzen steht. Soweit ich es noch weiß. Ja, rote Münzen und dann logischerweise die 100 Münzen noch. Äh, okay, dann... Soll ich das sagen, wo die erste rote Münze ist? Und da sind Münzen noch in der Box, die musst du einsammeln. Aber nicht alle, hier sind doch schon rote Münzen. Ja, die erste rote Münze ist hinterm Start. Ja, das war ganz am Ende. So, wir müssen nämlich alles mitnehmen, was mir geht und dann am Ende erst die Pyramide. Also, du hast dich schon mitgenommen. Ja, ja. Ja, hast du. Weil man aus der Pyramide kommt halt nicht mehr raus, ne? Das ist das Problem. Okay. Tschö, Kugelfig, ab in die Hecke mit dir. So, die Kiste hier, aber müssen wir irgendwie gucken, dass wir die genau gegen die Wand hier schmeißen. Mann, dieser scheiß Joystick, Alter, die geht mir doch auf die Eier. Okay, das geht doch gar nicht hier. Fuck, fuck, fuck. Nein, ich hoffe, es sind keine Münzen mehr. Okay. Nicht, nein, die haben das jetzt da oben gespawlt. Och, komm, ey. Ich krieg einen Anfall hier. Nein, oder ist die noch? Nein! Ich hasse dieses Spiel. Okay. Eher ab in die Kiste. Okay, dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Schlaf gut. Musst du morgen arbeiten? Oder bist du ein Frühschläfer? Ja. Ich muss mal die Panzer hier mit. Doch, die hätte ich das aber gerne, bitte. Dankeschön. So, ähm. Haben wir jetzt hier am Anfang alle Münzen? Ich hoffe mal. Ich glaube aber ja. Ach, die erste auch schon. Wunderbar. Oh, der war schlecht. Mann, wieso kriege ich denn nicht? Jetzt. Meine Güte. Ich hätte gerne einen Dude da oben noch. Aushilfe in einer Bäckerei. Ja, okay. Das ist für dich bitter, aber ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Ach, ich bin so blöd da oben stehen zu bleiben. Unfassbar. So, komm her, du Sack. Das war nicht so gedacht, aber es ist okay. Morgen ist Markttag. Na gut. Der wünsche dir trotzdem viel Erfolg. Bist du da jetzt auf der Plattform unterwegs noch gewesen? Hast du da alles abgegrast? Welche? Also da, wo diese Dinger, diese Würfel da rumdaddeln. Oh, ich muss doch sowieso da einmal rumdeln. Oh, da drüben. Oh, da war ich nicht. Oh, der ist ja kackt, Würbelsturm. Der ist nämlich hinten in der Ecke. Wunderbar, wo ist denn der Bob-Omp überhaupt? Der ist ja da hinten bei dir. Der ist ja da hinten bei dir, bei dieser Oase. Du bist ja da gerade so völlig drüben. Welcher Bob-Omp? Da ist so ein Bob-Omp. Der ist da hinten bei diesen Palmen da. Weiß gar nicht, wo du genau bist. Ich bin jetzt gerade bei der Pyramide. Ja, also wenn du aus dem Labyrinth hier rauskommst. Direkt da ist der. Bei dieser Wasserstelle müsste der, glaube ich, sein. Der Geier, hat der die Mütze geklaut, Lassi? Mhm. Dann musst du den einmal hitten. Dann musst du auf so einen Turm da gehen und den da einmal treffen. Ich kann es auch einfach sein lassen. Soll er doch meine Mütze haben? Naja, dann kriegst du mehr Schaden und so'n Shit. Also jetzt, at this point, ist es auch scheißegal. Nein, der da mit der Mütze rumfliegt, ohne Witz. Die bleibt da auch vor allem für immer in dem Level drin, wenn du den nicht ab mir abholst. Die kriegst du ja nicht mehr wieder. Aber kannst du einmal kurz zu der Oase da hinten gehen? Zu den Bob-Omp, sonst komme ich hier nicht weiter. Ja, ja, genau in die Richtung. Irgendwo da in dem Wasser müsste, glaube ich, einer sein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Jetzt bin ich mal gespannt. Egal, wie das hier synchron funktioniert. Nein! Ich bin da dumm! Oh mein Gott. Das war jetzt selten dämlich. Chris, wir warten mich gegen das hinzuschießen, ne? Ja, Gott sei Dank. Ich muss ja erst die Vierklappe mitnehmen. Und dann müsste ich nicht in den Abgrund springen. So. I'm fly high. Outer Control, Alter. Hilfe. Und sind die drei zusammen, geht das Team voll steil. Maggi saufen, Kohle fressen, Tutan auf der Birne. Arme Kinder, Herr und Leber. Und vergiss nicht die Stünde. Oh. 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 Sehr schön singen. Zu dieser schönen Stimmung hier in der Luft. Okay, wait a second. Wir können die gar nicht zusammen machen, die beiden Sterne. Aha, ich hab ihn. Beziehungsweise können wir schon, du musst nur am Leben bleiben. Ich muss zum Leben bleiben? Du musst am Leben bleiben jetzt ne Weile, ja. Oh, scheiße. Ich muss den Stern einsammeln, dann komm ich wieder zurück. Und ziehe die Münzen nicht mehr setten, weißt du? Aber wir können den Stern nachher nicht mehr einsammeln, wenn wir in der Pyramide sind. Sag Bescheid, wenn ich sterben kann. Ich bin wieder da. Oh Gott, ich kann drauf gehen. Na, ich krieg die Münzen hier wieder, aber machen wir jetzt mal nicht. Gott sei Dank, ich kann wieder drauf gehen. Ja, wir haben schon mal direkt gewartet. Scheiße. Hey. Mach mal nicht hier. Jetzt musst du ja eben warten, bis du wieder da bist. La, 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 la. Genau, die 100 Münzen drüber noch. Einfach den Geil, ja, weggeskatet, ey. Was ist das denn hier für ein Ding, ey? Error. Alter, einfach so ein Error, warte mal. Error, Error. Ist bei der Palme. Ah, ich habe das Error weggemacht. Hat man jetzt hier eigentlich alle Münzen? Ich hoffe mal, ne? Das heißt, wir müssen eigentlich nur noch in die Pyramide gehen. Hör ich da mit dem Schalger hier noch mit, wenn das geht. Komm her, du Sack. Bin schon da. Nicht du. Na, okay, scheiße, ne Schalger, würde ich sagen. Ab in die Pyramide. So, ich darf ja die blauen Münzen nicht verkacken, die hier sind. Wollte eben kurz dabei sein, also dass wir beide drauf gehen. Falls einer verkackt, hier bei der Ecke. Okay, alles gut. Hat geklappt. Blup. Ich glaube, 15 Münzen kriegen wir noch easy in hier in der Pyramide. Perfekt. Perfekt. Eine Münze. Eine Münze. Perfekt. Hol den Stern. Nice. bei mir alle sterne jetzt hier drin naja wir haben alles raus oder jawohl 246 plus den nutzer wurde als 50 steht bei mir was halt wenn er mal draußen möchtest du in die lavawelt möchtest du es ganz heiß haben okay damit lieber in die gülle welt ich verstehe so ok fühle ich mich heimisch was soll ich sagen ab in die gülle ich kann natürlich auch einfach schon sofort drauf gehen das geht natürlich auch sie haben das level verlassen hier kann man echt gut verstecken spielen in dem level finde ich ist ja auch ein blabierring ach hier wirklich so ein speedrun wie schnell kann ich hier am besten drauf gehen da bist du doch schon aber wir müssen ja die kann damit ich freue mich runter willst du wirklich darunter ich folg dir einfach das war ein rundweg nochmal ich weiß gar nicht wo die genau spawnen ich bin aus der welt aus du bist ersoffen ja das könnte man auch gut interpretieren was macht jetzt alleine hier unten ich komme und dann erscheine ich hier oben ist ja gar nichts hier oben ist ja gar nichts hier kann man sich gut verstecken mich hört man auch gar nicht ich bin tot so bist du lang gelaufen da rechts rum ja ich bin wieder also in der großen halle in der großen halle da ich bin da wo bist du wieder in dem schlund bist du da unten nein ich bin auf der schwebeplattform ich war auf der schwebeplattform möchtest du also da rumschweben ich glaube das ist aber der weg der acht roten münzen das hier ja also können wir auch erst vorhin das hingehen wie das aussieht ich höre einfach nochmal wieder an die stange ja ja zeigst du mir ne ok wo sollen wir denn hin also wenn wir schon mal hier sind können wir jetzt den grotten weg da machen das ist ein anderer stern aber ist ja egal im endeffekt so ja eigentlich scheißegal wo wir langlaufen scheiße wo ist immer wo ist das Ding gelaufen und ja einfach den ein weg lang da sind mehrere wege falls es dir hilft halt den einen ich glaube hier ist der ausgang gewesen hier ist nicht falsch ich bin auf jeden fall bei einer metalltür wie heißt ich bin falsch ich bin tot das wollte ich ja nicht sagen ich habe keine ahnung ob ich gesagt habe ich bin falsch ja hier bei der metalltür müssen wir auch den ach komm ey voll geschissen spiel so ich check mal kurz naja hier ist auf jeden fall einer kommst du wieder hier hin ich warte hier auf dich ich warte hier auf dich ich warte hier auf dich ich habe euch alle im blick ach ich 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 leidere hier so ein bisschen ach 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 Wer ist denn im Chat noch so alles da? Ref Homsen ist da. Gut. Das nehme ich so als Anwesenheitsbestätigung. Yeah. Kurze Frage an Lassi. Hast du den Pfeil noch da hochgeladen auf dem Drive da? Ist der noch da drauf? Von dem Spiel? Was genau meinst du? Also da, wo ich dir das quasi zur Verfügung gestellt habe, das Spiel hier. Ja, das ist doch da. Okay. Ich hätte auch mal gefragt, ob jemand Bock hat, hier nachher verstecken mitzuspielen oder so. Wenn wir das machen wollen. Muss ich sehen. Ich muss gestehen. Ich weiß halt auch nicht, wann ich das heute machen. Ach so. Ja, okay. Ja, kann man auch im nächsten Mal machen. Ja. Dann machen wir es lieber dann geplant. Eben. Mach mal so. Wo bist du jetzt? Du bist in der Halle. Immer noch in der Grotte, ja. Okay. Mit einem Leben. Ich will jetzt... Ich... 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 Ich sehe halt nur den riesigen Mario-Kopf. Naja, ich bin halt quasi hier bei dieser Metalltüre. Ich muss halt quasi einmal hochspringen zu so einer Metalltüre. Da bin ich. Ja. In diesem Gift-Labyrinth hier. Puh, bricht schon mit dem Turm wieder angemacht. Ja, ja. Das denke ich mir schon. Lassi. Mhm. Fußball-Leave. Ah, Länderspiele oder sowas, ne? Ich glaube gegen Ungarn. War heute. Keine Ahnung. Ich bin bei Länderspielen so ein bisschen raus. Ich werde nicht laufen. Du wirst mich stöhnen. Ja. Ich sehe, ich vorbeispiele. Ach, Mann. Wie das aussieht. Ah, da bist du ja. Jetzt sterbe ich hier so ein bisschen. Es war so klar, Alter. Ich renne halt durch, krieg dir die verfickte Finger raus ins Gesicht. Natürlich. Jetzt geht ein bisschen rein, Alter. Soll ich auf dich warten oder soll ich schon weiter? Ach, kann es ruhig weitergehen. Ja, okay, ich sehe den Stern. Okay, ich sehe den Stern. Aber... Ich bin jetzt auch da. Passt. Na, da dann schon. Sehr gut. Einfach hier hingehangelt. Ja, da komm ich hier wieder raus. Dann geht man zusammen das nächste Level, würde ich sagen. Ja. Achso. Oha, 5-0. Mama mia. Ja, easy, ne? Wir haben es gerade mit den 5. Sternen gemacht. Könnt ihr mal den 1. noch machen? Das war der 5. Das war der... Ja. Heißt ja nicht, dass die späteren Sterne immer schwerer werden, ne? Ja, nee. Nicht unbedingt. Die Muck ist so geil hier. Okay, bist du ready? Äh, ja. Okay, let's go. Hier müssen wir einen Long Jump machen. Ich weiß, ich war hier eigentlich vorhin schon. Achso. Let's go. Ja. Autsch. Scammed wurden. Alter, als wenn! Äh... Ich war ja direkt wieder verwundet, was war das denn für ein Scan gerade. Egal, ich komm wieder. Keine Frage. Ja, ich brauch auch noch ein bisschen... Ich brauch auch noch... Ich brauch auch noch so ein bisschen... Ja, 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 ja. Mann, ich muss mal diesen Ungezifferkrieg schon tot, ey. Was ist denn das? So, mit euch. Boah, dann warte ich jetzt mal hier auf dich. Ich hab'n Tür im Blick. Ich seh, wie du kommst. Das war die falsche Tür. Der Läser ist beigetreten. Ach, da ist er. Schnell, komm ran. Komm her, sch... Verdammt. Einfach platt gewalzt worden. Guck mal, wenn ich hier stehe, kommen keine Walzen mehr runter. Oh, oh, okay, ab hier schon wieder. Meine Fresse. Aber jetzt kommt keine mehr. Ist das belastend. Hier, nehmen wir ein paar Münzen, um dich zu heilen oder so zur Not. Tschüss. Komm mit her, schnell. Ach so, das geht runter. Ja. Kannst kurz vor ne Arschwurmel machen, dann hast du kein... Oder sowas, dann hast du keinen Schaden. Ja, Mann, noch mehr Wasser. Ja, Mann, guck mal, was da kommt hier rechts. Let's go. Das ist rechts. Ah. Ja, die sieht friedlich aus. Das ist ein Nessi. Weißt du, wie... So ein friedliches Tier uns hilft, freiwillig? Indem man ihm ne Arschwurmel gibt. Oder Luigi ist einfach der hochspringen kann von selbst. Das ist natürlich auch so ne Maßnahme. Weil eigentlich brauchst du das Nessi dafür, damit sie dich da hinleitet. Aber ist in Ordnung, so geht's natürlich auch. Don't care, didn't ask. Ich wär immer nur den Stern. Ja, drauf geschissen, Alter. Drauf geschissen. Was hast du mit der Arschbubbe getroffen? Elevator. Naja, wir müssen nicht unbedingt die Red Points machen. Dann noch ein paar andere Sterne. Wir könnten wieder zu der selben Stelle gehen, wo wir gerade waren. Also du meinst das mit Nessi? Oder wir gehen nochmal in diese Sumpfkammer und holen uns dann diese geile Cap, die hier noch nicht verfügbar ist. Was möchten sie? Was bringt uns die Cap denn? Das ist ne Metallkappe. Ja, ok, dann let's go. Damit können wir dann unter Wasser laufen, so gesehen. Was wir hätten für den Wasserstern da gebrauchen können. Aber das hast du ja ohne Wasser unter die Kappe gemacht. Und damit nimmt man keinen Giftschaden und so weiter. Wir müssen nur den richtigen Weg finden, weil es nicht da, wo die Metallkappe ist. Und nicht da, wo der Rückweg ist. Alter, einfach weggeboxt, ey. Alles klar, schießen wir schon ab, ist okay. So, hier links. War das hier vielleicht bei? Ja, hier ist glaube ich dann nur, oder? Doch, hier ist das. Hier ist ein bisschen schwererer Sprung. Weil so eine scheiß Kuh ist und ich sehe nichts. Ich werde hier betrogen. Hä, war das zu sie jetzt schon? Nee, ich sterbe jetzt. Ja, weil es so blöd war, wenn die Kamera immer so nach rangeht, dann ich einfach nichts sehe. Ach, da oben ist es. Naja, da ist halt, davor ist halt ein Loch im Boden. Da wuschst du immer rein, wenn du schon da rankommst. Das ist ein bisschen nervig. Aber egal. Oh, warte, ich schaff gerade falsch. Jetzt hat das Level verlassen. Dann sind wir beide wieder am Anfang. Sehr gut. Ich sehne ja einfach in den Lurk gehen. Ist okay. Nee, ist wieder die übliche Loki runter. Ist schon wieder beigetrieben. Ja, aber hier war ja falsch. Mann, ist das eine scheiße. Jawohl. Okay, ich habe den Trick rausgefunden, wie es geht. Ja. Wenn du gleich da bist, dann da, wo das Loch halt im Boden ist, du kannst dann direkt an der Wand kannst du stehen. Ja, wohl, das finde ich wieder ein bisschen blöd, aber dann machst du da halt einen Doppelsprung und dann kannst du dich hier oben festhalten. Ich höre dich schon. Genau. Also hinter das Loch quasi, da kannst du stehen. Doppelsprung. Ja, sehr gut. Ja, da bist du. Achtung, Feuer. Ja, das ist so. Das war, was war das? Das war der falsche. Okay, egal. Neh mal mit, oder? Aber dann gehe ich es nochmal runter. Das war doch auch hier. War das hier unten? Nee, das war gar nicht hier unten. Die Metal Cap war woanders. Aber egal, ich komme dann eben nochmal raus. Habe ich ganz falsch in Erinnerung. Wir müssen doch mal da hin, wo er dir Nessie war. Cool, ich gehe schon mal vor. Ja, ja, ich bin hinter dir. Halt die Tür auf! Mist. Das ist nicht gut. Ich habe meinen Arsch gerettet. Sehr gut. Jetzt hast du mich halt einfach gestoppt. Echt? Ich habe einfach in Rettung gesprungen und mich gewacht. Und du hast mir die Tür einfach zugeknallt von der Nase. Ich verstehe schon. Na komm. Scheißes Leben. Ja, bei mir war es noch da. So, jetzt brauchen wir eigentlich wieder Nessies Hilfe. Ich weiß nicht, wie du das regelst. Nee, nicht da lang. Hallo, kann Nessie mal dahin gehen, wo ich auch hingucke? Meine Güte. Alter, ist die kaputt oder so? Na, jetzt vielleicht. Na, komm mal zu mir. Also hier auf Nessie. Ich gehe einfach unter Nessie. Oder so. Und dann halt hier oben. Oh, meine Fresse. Halt. Mann, was ist denn da? Jetzt ist hier zu weit weg wahrscheinlich. Ah, sie dreht um. Okay, okay. Next Chance. What? War da eine unsichtbare Wand? Du hast es auch gesehen, dass ich einfach am... Ja, das war nicht an der Kante, oder? Nee. Das wäre doch deutlich davor. Tschö, Lester. Wie das aussieht. Also du steuerst dich quasi, ne? So irgendwie so ein bisschen indirekt. Und wie? Und wie? Die schwimmt in deiner Blickrichtung. Irgendwie so, glaube ich. Ja, das war ein bisschen schwerer. Ach, das war der Part. Ja, easy. Metal Brothers. Oh, danke. Ich hab grad eigentlich gefällt. Ich hab jetzt den Metal-Schalter aktiviert. Wir können wieder die Metal-Cap holen, aber hier gibt's auch 8 rote Münzen. In diesem Level. Ja, die ich gerade holen wollte und dann das Ding einfach... Na ja, okay. Und du darfst halt nicht, äh... dass Wasserfalten rausfallen, deswegen pass auf. Hier ist auch noch mal ein Metal-Cap. Okay, vielleicht krieg ich den jetzt. Moment. Wenn die Cap so lange hält. Ja. Oh, man geht nicht ganz aus dem Level raus, okay. Denn da muss ich das Level einmal verlassen, jetzt. Man will. Okay. Wir haben... Ah, ne, Shifty Sand, also gesagt. Hazy Maze Cave, genau. Es sind noch 3 Sterne plus 100 Münzen übrig in dem Level. Was möchten sie tun? Oder, eins auch können wir euch machen. Ich muss eben zu den Toe-Tee gehen. Der schenkt einem nämlich noch einen Stern. Bevor wir das vergessen. So. Ach, komm. Willst du dann erst den schwierigen Scheiß machen mit den 8 roten Münzen? Also jede Münzen hier? Ja, lass uns... Lass uns das nervige zuerst machen. Okay, da hast du gerade 3... Oder hast du die 3 Münzen? Ja, hast du. Also, du bist jetzt sämtliche Münzen halt mitnehmen. Na, der wird nochmal 3 Münzen hier. Dann lass uns aber die roten Münzen zuletzt machen. Obwohl, eigentlich ist das egal. Kann man direkt machen. Spielt keine Rolle. Den Gegner nehme ich noch mit. Zack. Hey, warte auf mich. Oh, scheiße. Okay, ich muss sowieso auch nochmal von vorne. Okay. Willst du da rüber oder willst du... Erst hier den Käse sammeln. Okay, du gehst da rüber und dann... Sammle ich den Käse hier. Na toll, oder? Das kann ich meinen Ernst sein gerade, ey. Jetzt aber. Ja, jetzt aber. Ja, jetzt aber. Ja, jetzt aber. Ja, jetzt aber. Ich weiß auch nicht, wie ich die jetzt hinkriegen soll. Ja, aber es wird schwierig. Ich hoffe, die brauchen wir nicht. Ja, jetzt aber. Wir sind. Ja. 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 Ich bin hier zu. Ja. 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 Oh, siehst du mich mal? Oh. Ups. Versuchst du gerade oben dein Glück, ne? Ja. Okay. Dann versuche ich noch ein bisschen, dieses eine Auge da zu kriegen, die fünf Münzen. Weiß nicht, ob wir es im Endeffekt brauchen. Ah, klingt ja ganz gut da oben. Die Fledermäuse müssen ja auch noch Münzen, aber die sind ja immer nur eine Münze von daher. Ach nein! Bitte kommen runter, Münze. Oh nein, die kommt nicht runter. Na, tolle Wurst. Fünf Münzen. Ah doch, das ist die. Meins, meins, meins. So. Glück gehabt. Okay, lass da oben alle eingesammelt. Wir lassen den mit dem Stern erstmal so wie er ist hier am besten. Ja, hier ist noch ne Tür. Wo ist die Tür? Hier oben bei mir. Ich geh mal rein. Von der kommen wir. Achso. Ich geh mal ins Stinke-Labyrinth hier. Weil da waren ja auch noch die Münzen. Und da waren auch noch viele Häuser. Ja, das geht noch so ein Shit halt genau. Die bringen keine Münzen, die Dudes. Hier geht es zurück. Ja klar, ich bin in die Kerze gesprungen. Läuft bei mir. Ja klar, ich bin in die Kerze gesprungen. Läuft bei mir. Ja. Und dann geh ich nämlich am Anfang des Steps links rum. Ja, geht auch. Und dann lässt es auch noch hier einen Schlitt. Eben. Oh, ich habe wenigstens alle blauen Münzen gelegt. Das war schonmal gut. Nein, nicht anzünden, bitte nicht. Okay, zwei Münzen, aber das ist easy, glaube ich. Hier sind doch jede Menge Münzen. Das sagst du so einfach in der möglichen Leuchtung? Ja, ich sehe das bitte ja schon jede Menge Münzen. Also auf deinem Weg quasi. Oh, meine Fresse, als ob es hier einfach ein Weg ist. Okay, bei dir sind es auch zwei Münzen aufgesammelt. Nice. Das heißt, wir haben jetzt den 8 Münzenstern schon und den 100er, ne? Ja, das können wir ja auch jetzt schon machen, ne? Also warte mal, ich muss nur zu dir kommen, irgendwie. Das ist nicht mein Nessie, müsste das unten sein. Das ist ja nicht, ob ich jetzt hier richtig bin, wenn ich ehrlich bin. Ah ja, gut. Ist schon ein rollendes Felsen vorbei? Ich bin schon unten in der Nessie, ja. Okay. Dann müssen wir nämlich die Metal Cap uns holen, dann müssen wir so einen Schalter drücken, der im Wasser ist. Die Metal Cap ist hier oben beim Aufziehen. Ich try my luck. Also mal keinen Schalter drücken, wenn man von weit oben da genau drauf landet. Ich glaube, der Metal Cap ist halt der normale, ne? Wapp, wapp, wapp. Bissar am Planschen mit dem Jungen. So, hier ist es schon ein bisschen härter, hier geht es nämlich Long Jump Action. Ah, genau. Du schaffst das schon. Ja, hat es geschafft, zum Glück. Ja, Bock abgeprallt, tot. Save and Continue. Jetzt haben wir nämlich... Hier fehlt noch ein Stern. Der letzte fehlt noch. Was? Ich weiß nicht, wir müssen mal kurz reingehen, weil ich aus dem Kopf gerade nicht... Wo könnte der Stern nur sein, ne? Ganz schnell. Ich würde sagen, in dem Gaslabyrinth. Ja. Jetzt ist nur die Frage, wo? Ja. So, erstmal blockieren wir mal die ganzen Steine hier, so. Wo ist der Stern? Ach. Ach, keiner. Lass mich verarschen. Das ist ein gutes Wandsprung-Training hier. Ja, du brauchst uns Anlauf. Das geht nicht, wenn du an der Wand stehst. Ja. Perfekt. Jawoll. Das heißt, wir haben hier jetzt geile 50 Sterne. Geil. Geil. Oh, ja. Oh, boahm. So. Verprügelst du mich hier einfach, hä? Einfach gekickt. Du hast mich dumm ausgesehen, wenn ich jetzt einfach im Level wieder... Das wäre witzig gewesen. Oh, ja. Wolltest du an der Stelle jetzt Schluss machen, oder wolltest du noch jemanden machen? Äh, ja, würde ich sagen. Ich glaube, 50 Sterne ist eigentlich ganz nett zum Aufhören. Jo, können wir gerne schon machen. Jo. Heißt du, es fehlen noch 70? Oder du fängst nochmal an Mips. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Kannst du aber auch nächstes Mal verschieben, ne? Wir müssen so nochmal hier runter, wegen Feuerlevel. Ja, mach, du beruhig, ne. Abmoderation. Ich, äh, hab den hier gleich. Lass mich schon mal angucken. Ah, hast ihn ja easy jetzt schon. Das siehst du. Zack, dann enden wir mit 51 Stern. Ist doch auch so schön. Überhaupt keine Herausforderung für mich. Dachte ich mir. Das nächste Mal haben wir dann quasi das Feuerlevel halten noch. Wir könnten beim nächsten Mal eventuell die 100 Sterne noch bei dem ersten Level machen. Däger. Ich stelle erst mal hier, äh, das Doppel, äh, als Schock-Command. Und wir müssen auch das Big-Boo-Haus machen. Da haben wir ja auch nur einen Stern-Gold bis jetzt, ne? Ist sie hier am Schlafen? Ja. Können wir mal eben was testen. Aber mit diesem Mips hier kann man nämlich glitchen. Ich weiß nicht, wie es genau geht. Ach, guck mal. Nein, ich hab's verkackt. Du kannst mir auch für die Tür aufmachen. Geht natürlich auch. Aber man kann so mit sich durch die Tür durchblitchen, damit man den Hasen bis hier hinkommt. Und dann kann man sich hier auch irgendwie durch die Tür durchblitchen, wenn man das richtig macht. Nämlich so. Ja, okay. Jetzt haben wir natürlich die Sterne dafür auch gehabt, ne? Das ist ja offiziell hier. Aber so kann man sich auch durchblitchen, wenn man die Sterne nicht haben sollte, so. Warte, würde das theoretisch auch umgehen? Du kannst mit dem Hasen nicht bis da durch, ne. Schade. Das geht nicht, ne. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir hier. Muss ich eigentlich speichern. Ich hoffe aber nicht. Ich glaube aber nicht. Muss, glaube ich, gespeichert sein. Und dann die Veranstaltung beenden, ja? Wir können da mal gerne kurz reingucken, ob das echt gespeichert ist. Einfach nur zum checken. Dann gehe ich nochmal auf Veranstalten. Ah ja, 51 Sterne ist hier gespeichert. Das ist Lotperfekt. Das wollte ich schon nochmal wissen. Wunderbar. Dann gehe ich mal raus hier. Zack. Und zack. Willkommen im Vollbildschirm. Hallo, Vollbildschirm. Hallo. Wie geht's euch allen? Ich wäre jetzt auch voll. Ja, das ist aber ganz gesoffen in der Zeit, ne? Eigentlich voll belastend. Also du hast nichts getrunken, ja. Ja, bei dir habe ich es ja nicht mitbekommen. Du sagst ja nichts. Hättest du was sagen können? Also. Also. Ich habe vor dem Stream dir gesagt. Ich bin schon. Ich habe Schalke fangen. Ja, aber du kannst es bestimmt durch ja sagen. So, von wegen der so Prost oder so. Damit ich Bescheid weiß, ne? Ich dachte, man hat den Falken gehört hier. Ah ja, das hat man jetzt gehört, ja? Ah, wunderschön. So, mal gucken wir noch so. Wenn Mario spielt. Genug. Ich. Ne, okay. Red Thompson ist erstmal in Partystimmung. Gut, 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 gut. Genau, dein persönlicher Gutkommand, Lessie. Der für dich halt nur die Hälfte kostet, ne? Oder ich weiß gar nicht. Mal gucken, wie teuer war der nochmal? Im Fünftel oder so. Ich glaube, das ist doch das Einzige, was ich mir leisten kann. Da muss er ein bisschen mehr lurken, Junge. Ja, du hast aber doch. Wie? Ja, das ist ein Gesammelschein, aber irgendwie. Ja, aber wie? Weiß ich auch nicht. Tatsächlich. Durch den jetzigen Stream wahrscheinlich. Du weißt, da war es die ganze Zeit drin. Der ging ja jetzt vier Stunden. Pro Stunde sind es ja 20 Moneten. Das hast du schon mal 80 dadurch geholt. Oder? Warte mal, alle 15 Minuten. Fünf, glaube ich, ne? Oder waren es zehn? Moment. Geld. Dann kriegen wir ja eigentlich Inflationsausgleich. Fünf. Gibt doch keine Inflation hier. Das Geld ist immer gleich viel wert. Das verliert nicht an Wert. Alles easy hier. Und der Kommand kostet übrigens zehn. Für dich der. Weißt du, hier hast du einen fetten... Ja, wie viel ist das jetzt? Wenn du statt 50, 10 bezahlst. Ich weiß nicht, wie viel Prozent Rabatt kriegst du dann da drauf. Dein Fünftel. Du bezahlst nur ein Fünftel, ja. 80 Prozent, ne? Um tanzen. Ich will nichts. Ja. Wer Thompson, welchen Club gehen wir? Ich will nichts. Was gibt es da bei dir in der Ecke so? Ich glaube, das Nachrechnen hat, glaube ich, Steffi gerade körperliche Schmerzen verursacht. Wieso? Dass wir beide so lange gebraucht haben, um auf 80 Prozent zu kommen. Das ist jetzt gar nichts mehr geschrieben. Die weiß ich selber immer noch nicht. Ah. Hätte sie es gewusst, hätte sie es direkt in den Chat geschrieben. Köln ist voll davon. Oder die Pent. Ja, das kann natürlich auch sein. Kurz vor, dass sie diesen Emote gemacht haben, vor fünf Minuten dann eingeschlafen. So kennen wir sie. Ja, der passt auf, der Dings. Emote. Ah. Jo, schön. Ich würde ja echt gerne wie ein Raiden, aber irgendwie ist keiner mehr da. Keiner ist da. Also keiner in der vernünftigen Größenordnung. Ich glaube, Hand of Blood wird das nicht merken, oder? Schwer. Schwer, ich glaube auch. Kann mal jemand live kommen, bitte? Lass doch auf, geh mal live. Also ich wollte sowieso gleich noch weiterzocken, aber das ist eigentlich auf Stream. Was zockst du denn gleich? Erzähl mal. Weiß ich. Ich weiß nicht. Ja, schön. Auf jeden Fall können wir ja demnächst nochmal sprechen, wann wir das hier weiterführen. Und gegebenenfalls, falls Leute Interesse haben, da aus Juxen ein bisschen Versteckspiel mal zu machen in Mario. Also das Spiel können wir zur Verfügung stellen, ist für PC. Müssen da nichts für bezahlen. Dann könnte man das mit ein paar Leuten nochmal machen, so aus Juxen. Irgendwann schon leveln, einfach Verstecken spielen. Einer sucht, vor Fun. Aber da können wir dann posten, Discord einfach nochmal, wenn da Leute Lust drauf haben. Dann machen wir eine schnelle Feierabend. Und es tut mir leid, Lassi, ich muss gleich die Endcard, ne, du weißt Bescheid. Ich hab deinen Stream auf Stumm, ich hör's nicht, es ist alles gut. Gut, alles klar. Mittlerweile kann ich auch keinen Image-Schaden mehr davontragen, also ist jetzt auch egal. Das ist jetzt mein Image. Was für ein Image-Schaden, Alter, der wird aufpoliert. Ja, eben, sag ich ja, das ist jetzt mein Image. Der klatscht in den Arsch. Das ist alles gut. Ich hab schon Schlimmeres gehabt. Der klatscht in den Arsch. Nein. Okay. Ich wünsche allen eine gute Nacht. Für die, die schlafen gehen, die, die nicht schlafen gehen, viel Spaß beim Zocken, ne. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich weiß, wie man sein wird. Ich weiß nicht, ob morgen Mittag spontan was geht. Ansonsten erst nächste Woche. Gut. Ist jetzt das Zerafi ja auch mit deinem Mann zugekommen ist? Naja, gegen Ende. Jetzt hat er ein bisschen was gemacht. Der Worker. Der hat ein bisschen gearbeitet eben. Gut. Wie gesagt, gute Nacht. Oder viel Spaß noch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen. Und nicht vergessen. Und weg der Wind von Westen. Klatscht Lassys Arsch am besten. Hau da rein. Ciao. S.S.L. Sind ja Snacket. Lässt doch voll geil. S.S.L. Und sind die drei zusammen. Geht der Screen voll steil. Maggiesaufen, Kohlefressen. Tutan auf der Birne. Arme Kinder. Hello Neighbor. Und vergiss nicht die Stirn. есте ultimo. fi山 Ne Renfriian. Bis zum nächsten Mal. cleanup. .. echt nicht. Gasidores.